Brainflix, der Podcast über Psychologie im Film. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brainflix. Heute wird es um das Thema Autismus gehen, anhand des Films Alles außergewöhnlich. Ja, aber bevor wir dazu kommen, erst mal stelle ich mich vor oder wir stellen uns vor. Ich bin der Julius und mit mir ist auch die Christiane wieder mit dabei. Hallöchen. Hallo. Ja, bevor wir dazu kommen, zum Film stellen wir unsere Filme vor, also die wir zuletzt geschaut haben. Christiane, was war es denn bei dir? Ja, zuletzt geschaut habe ich gestern Abend mit dir zusammen The Report. Möchtest du ein bisschen davon erzählen, worum geht es? Ja, das ist ein Polit-Thriller, kann man das so nennen? Ist es ein Thriller? Es ist auf jeden Fall ein Polit-Film. Ein Thriller, ja, also es hat ein wenig Thriller-Elemente, aber ich würde eher so sagen, der hatte so eher, wie soll man das beschreiben? Wir sagen einfach Polit-Film. Ja, Polit-Film, genau. Und dabei geht es um die, ja, worum geht es eigentlich? Es geht um die Folter-Methoden der US-amerikanischen Regierung nach den Anschlägen des 11. September 2001. Ja, woher das eigentlich kam, wer damit angefangen hat, aufgrund welcher Begründung und wie das Ganze versucht wurde zu vertuschen. Und ja, es geht eben darum, wie das Ganze aufgearbeitet wird durch einen Menschen. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Wird auf jeden Fall gespielt von Adam Driver. Und ja, man sieht eben im Film, wie er das Ganze aufarbeitet, wie er die ganzen Dokumente zusammenträgt, wie er immer wieder mit der Senatorin sich austauscht, die das Ganze in Auftrag gegeben hat und welche Konsequenzen das letztlich hat. Genau. Ja, wie fandest du den denn? Ich fand den an sich ganz gut, also sehr solide. Also da konnte ich das auch nochmal gut so nachvollziehen, was da überhaupt damals vorgefallen ist. Also das bekommt man ja sonst nur so durch Nachrichten mit. Und ich habe das auch in den Nachrichten nur sehr vage mitbekommen. Also man hat ja schon so Bilder gesehen, also auch von Gefangenen damals, die wohl misshandelt wurden. Aber da hat man es nochmal im Detail mitbekommen. Und das war wirklich, also starker Tobak, was man da gesehen hat an den Folter-Szenen, das war schwer zu ertragen. Und natürlich war ich dann auch wieder so erschüttert, weil ich mir dachte, naja, diese ganzen Leute, wie die wieder durchgekommen sind mit den Sachen. Und dass es einfach so versucht wurde zu vertuschen und dass dann erst so eine Person kommen musste, um das überhaupt dann ans Licht zu bringen. Ja, das ist schon einfach immer wieder erschreckend. Und ich will gar nicht wissen, wie viel noch so, also allgemein in der ganzen Politik oder Weltgeschichte dann noch so im Unklaren ist. Also es sind ja nur so einzelne Dinge, die dann so ans Licht kommen. Ja, ich habe nur so ein bisschen Probleme gehabt bei dem Film, so mit Details manchmal nachzuvollziehen. Also das war mir manchmal zu viel. Da dachte ich mir manchmal, okay, wer war das jetzt nochmal? Und wie hängt das jetzt nochmal zusammen? Also da muss man schon wirklich sehr dabei sein bei dem Film. Es kommen halt sehr viele Dialoge vor. Es wird sehr schnell gesprochen, fand ich. Also wir haben es ja auch im Original geschaut. Da fand ich es noch ein bisschen schwerer, das manchmal nachzuvollziehen. Aber man soll es bestenfalls auch im Original schauen, weil Adam Drivers Originalstimme ist immer sehr gut. Ja, und ansonsten fand ich den sehr gut. Aber er hätte noch besser sein können. Ja, ich fand den auch ziemlich gut. Ich fand vor allem, wie man sich das denken kann, natürlich die psychologischen Aspekte an dem Film sehr interessant. Und ich habe mich relativ zu Beginn schon sehr aufgeregt über diese beiden Psychologen, die dort gezeigt werden. Also das ist jetzt kein großartiger Spoiler. Das geschieht in der ersten vierten Stunde oder so, wo die quasi ihre Methoden wissenschaftlich begründen und so weiter. Und ich war erst positiv überrascht, dass sie die richtigen Menschen dort zitieren. Also hier Seligmen und so weiter, die wirklich die Theorie der erlernten Hilflosigkeit aufgestellt haben. Aber ich war erschüttert, wie wenig die beiden, also ich weiß natürlich nicht, inwiefern das wirklich alles auf wahren Begebenheiten beruht. Aber ich reg mich jetzt einfach mal über die beiden Filmfiguren auf und stellvertretend dann auch für die Leute, die das wirklich gemacht haben. Wie wenig die über diese Theorie wirklich nachgedacht haben, weil das ist eine Theorie zur Entstehung von Depressionen, also wie Depressionen entstehen können. Und die sagen ja auch richtigerweise, wenn eine Person wiederholt das Gefühl hat, dass sie in einer negativen Situation ist und über diese keine Kontrolle mehr hat. Dass sie dann in so eine Art Passivität fällt, wo sie quasi, selbst wenn sie dieser Situation entkommen könnte, das überhaupt nicht mehr versucht. Weil sie eben diese erlernte Hilflosigkeit, ja weil sie eben da drin ist und sozusagen aus ihrer Situation nicht mehr entkommen kann. Das Ding ist nur, und das finde ich halt so total komisch und da habe ich mir so gedacht, mein Gott, da müsste eigentlich nur mal ein Psychologiestudent, der gerade in dem Thema drin ist, dabei sein, um sozusagen die Schwachstelle dieser Argumentation zu erkennen. Die haben ja quasi versucht, durch die Folterung der Insassen in den Gefängnissen, die dort auch zu Unrecht saßen, wie man dann im Film erfährt, haben die ja versucht, sozusagen Informationen aus denen herauszukriegen. Und wenn man jetzt mal dieser Theorie folgen würde und sagt, okay, wir induzieren jetzt eine erlernte Hilflosigkeit in diesen Insassen, dann sollte man ja folgerichtig darauf kommen, dass die dann erst recht nichts mehr sagen, weil sie wissen, selbst wenn ich jetzt was sage, komme ich aus dieser Situation nicht mehr raus. Warum sollte das zu einer Enthüllung von mehr Informationen führen? Das ist also insofern, es basiert auf einer wissenschaftlichen Theorie, die aber vollkommen falsch angewendet wird, beziehungsweise man sollte die überhaupt nicht anwenden, sondern sowieso prinzipiell, aus ethischen Gründen, ganz klar, aber die wird halt auch noch falsch interpretiert. Und deswegen haben mich diese Psychologen in diesem Film so dermaßen aufgeregt, was natürlich dieser Film auch will. Ja, natürlich, der will das ja auch, dass du so eine Empathie oder eine Antipathie für gewisse Personen hegst. Naja, da gibt es ja sogar einen, der auch diese Terrorverdichtigen verhört, bevor diese Psychologen dann kommen. Und der sagt ja, naja, er macht das durch Vertrauen. Und diese Methode war viel, also wie er die erklärt hat und auch angewandt hat, fand ich da viel schlüssiger. Ja. Sollte vielleicht auch der Film dann auch so rüberbringen, dass du das als Zuschauer so siehst. Aber da dachte ich mir aus, naja, okay, es ist doch eigentlich viel besser, also wenn du denen gewisse Dinge vorgaukelst oder halt so Vertrauen erarbeitest, dass du dann viel besser an Informationen kommst. Ja. Also wenn du denen vielleicht auch noch was anbietest, so naja, wenn du uns das sagst, dann hast du vielleicht die Möglichkeit, dann da das und das zu bekommen von uns. Genau. Ja, und das ist halt so, also wirklich nur zum Aufregen, dass quasi auch jeder wusste, dass das nicht funktioniert und trotzdem haben sie es weiter durchgezogen. Ja, aber es scheint ja wirklich, wo sie stattgefunden zu haben, also wenn man jetzt dem Glauben schenken darf, was da vor allem. Ja, ja, also dass das stattgefunden hat, das weiß man ja. Ja, das gab es ja wirklich, also durch diese Berichte und was man auch mitbekommen hat. Und also da frage ich mich überhaupt wirklich, also was waren das denn für Leute, was für Sadisten waren das denn da, die da auch am Werk waren? Ja, über die Bewegrunde der beiden Psychologen habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, aber ja, da jetzt wieder Sadismus zu unterstellen, ist halt auch wieder schwierig so, ne? Ja, aber irgendwann muss man sich doch fragen, was bringt das und wenn man auch, da war auch die Rede von über 100 Verdächtigen, die, also da haben die ja keine, keine wirklich, wirklich brauchbare Aussage bekommen. Ja, ja, genau. Da muss man sich doch irgendwann fragen, macht das denn überhaupt Sinn und warum mache ich überhaupt damit weiter? Also das habe ich mich halt auch gefragt. Ja, aber auf jeden Fall macht der Film nachdenklich, schockiert auch teilweise sehr und ja, macht auch irgendwie wieder so fassungslos. Ja, total. Ja. Okay. Aber du hast gestern noch was ganz anderes gekauft. Ja, ich bin ja jetzt so bei der Vorbereitung, weil bald der neue Star Wars Film läuft, also Episode 9 im Kino und natürlich wie das ist, muss ich mich natürlich vorbereiten oder mache das auch ganz gerne und jetzt waren gerade so die Episoden 1 bis 3 dran und ich muss sagen, also und das geht wohl vielen anderen auch so, dass das wirklich nicht sehr gute Filme sind. Also die bekommen bei mir immer noch so ein bisschen so Nostalgie-Bonus, einfach weil ich auch damit groß geworden bin, aber wenn ich die mal weglassen würde, da würden nur schlechte Filme übrig bleiben. Also und bei jedem neuen Schauen wird mir klar, wie schlechte inszeniert sind, wie unfassbar dumm die Dialoge sind, also auch wie manchmal, also das ist gar nicht so gut nachvollziehbar, was da überhaupt für Verstrickungen sind. Also es geht ja da auch so um so politische Machtkämpfe und Intrigen und so weiter und da wird der mit dem ausgespielt und der Palpatine versucht ja auch, da Anakin auf seine Seite zu holen und so weiter. Aber das ist ja schon recht gut nachvollziehbar, aber so dieses Ganze, wer überhaupt gegen wen kämpft, so ich hatte da früher immer total die Schwierigkeiten, da das nachzuvollziehen, weil ich mir dachte, wer ist denn jetzt überhaupt der Gegenspieler und so weiter. Also das wird da so schlecht ersichtlich, ja, aber es wurde natürlich nach den Jahren klarer, wer das ist und so und wie das einfach so zusammenhängt, aber ich finde das trotzdem, also für so einen Film, der eigentlich eher an eine junge Zielgruppe gerichtet ist, ist das einfach so schlecht geschrieben und so uneindeutig. Ja, mich regt ja vielmehr so diese Dialoge zwischen Anakin und Padme, die regen mich von mir auf. Ja, das ist wirklich eh das Schlechte, das ist so schlechtes Writing. Also da gibt es ja so Episode 3, den ich gestern geschaut habe, ich musste da wieder halb lachen, als dann so, da gibt es ja diese bekannte Szene auf dem Balkon abends. Kann das sein, dass wir das schon mal in Brainflix besprochen haben? Das kann gut sein. So letztes Jahr, bevor du das auch geguckt hast in Vorbereitung auf Star Wars, ich dachte, wir hätten genau diese Konversation schon mal geführt. Ja, unter uns, aber nicht im Podcast. Naja. Ja, aber es gibt halt diese Balkon-Szene, Anakin steht da an der Tür so und Padme steht dann so, also auch so bedeutungsschwangerer Blick so in den Nachthimmel und so und steht mit ihrem Bäuchlein da, sie ist ja schwanger und so und sie redet irgendwas so und ja und das ist wieder so Anakin, also hört ihr gar nicht zu, geht gar nicht drauf ein, was sie davor gesagt hat und sagt dann nur so, ja du bist so wunderschön. Und so und dann kommt einfach so und dann folgt ein Dialog, der einfach so unfassbar fremdschämt ist. Ja, ich habe dir auch gestern gesagt, das Einzige, was mich überhaupt diese Szenen ertragen lässt, ist, wenn man sich einredet, dass er seine Macht benutzt, um sie in sich verliebt zu machen, weil ansonsten gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, warum man sich in den verlieben sollte. Aber gut, Liebe ist irrational, aber trotzdem, ja. Nee, also das kann ich auch so schlecht nachvollziehen, also in diesen beiden Teilen, Episode 2 und 3, also wie da überhaupt eine Romanze da zustande kam. Ja, das ist halt die Macht. Ja, ja, die Macht, ja, aber. Insofern braucht man nicht darüber diskutieren, ob die gut zusammenfassend sind oder nicht. Nee, braucht man auch nicht, aber wenn da nicht die Macht im Spiel wäre, also dann wäre das noch unglaubwürdiger. Ja, dann würde es halt nicht dazu kommen. Ja. Ach, naja, das ist, also der hat mich nur aufgeregt. Und ich bin jetzt froh, dass jetzt die besseren Filme folgen. Ja. Ein besserer Film über Liebe ist ja auch Marriage Story, nicht wahr? Ja, sehr schöner Übergang. Da geht es ja eigentlich eher um eine Trennung. Okay, ging es im Episode 3 auch um eine Trennung quasi. Und in Marriage Story ist das wirklich so der Treh- und Angelpunkt der Geschichte. Also es wird kurz am Anfang gezeigt, was der oder diejenige an dem Partner irgendwie geschätzt hat, weil die gerade bei so einer Partnertherapie sind. Und somit lernt man die Charaktere kennen und dann geht es eigentlich so um diesen Trennungsprozess. Weil die sind ja verheiratet und da muss halt eine Scheidung dann folgen, wenn sie nicht mehr zusammen sein möchten. Ja, und das bekommt man dann sehr ausführlich geschildert. Ja, genau. Ich habe da auch schon in einem anderen Podcast ausführlich drüber gesprochen, in einem Shots-Podcast. Das werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. Und ich fand diesen Film wirklich hervorragend. Ich habe den jetzt Freitag nochmal geguckt, weil der ist ja jetzt seit Freitag auf Netflix verfügbar. Wir hatten den vorher im Kino geschaut. Und ja, also alles, was mich bei der Erstsichtung gestört hat am Film, kam jetzt bei dem zweiten Mal. Also beim zweiten Mal konnte ich mich einfach darauf einstellen, weil ich wusste, okay, jetzt kommt Musik, die mir nicht gefällt. Insofern konnte ich die dann ausblenden und da auch emotional viel mehr mitgehen. Und ich finde diesen Film einfach sehr, sehr gut und sehr gut nachvollziehbar. Und ja, sagt eben auch viel über Ehe als Institution aus und über Ehe, wie sie sich in einem patriarchalen System einfach manifestieren kann. Und insofern ist das, finde ich, eine absolute Empfehlung und kommt sicherlich auch in meiner Jahrestopten drin vor. Ja, bei mir bin ich nicht so sicher, ob der in der Topten noch vorkommt, weil das Film ja war ziemlich voll mit sehr guten Filmen. Und deswegen hat er es sicherlich schwer bei mir. Aber ich fand ihn auch sehr gut. Es gab da wirklich sehr gute Szenen, also auch schauspielerisch top. Die Hauptrollen spielen ja Adam Driver und Scarlett Johansson und die machen ihren Job wirklich sehr gut. Den kauft man das jederzeit ab, also die Situation, in der sie sich befinden. Und da gab es halt so Szenen, die man so gut nachfühlen konnte und die mir auch so wirklich die Tränen in die Augen getrieben haben. Fandst du den jetzt eigentlich auch beim zweiten Mal noch emotionaler oder? Ja, ja, ja. Also nicht, weil ich das jetzt irgendwie anders wahrgenommen habe, sondern einfach, weil ich die Dinge, wie ich gerade gesagt habe, ausblenden konnte, die mir eben nicht so gut gefielen. Also mir hat vor allem beim ersten Mal gucken die Musik halt viel kaputt gemacht, weil die halt sehr so märchenhaft ist, so Disney-haft. Und ich fand das halt irgendwie teilweise sehr unpassend, weil das dem Ganzen halt so einen märchenhaften Anstrich verlieh, obwohl das, was passierte, halt sehr realistisch war. Ja. Und gerade gegen Ende hin ist halt nochmal eine sehr emotionale Szene, wo auch wieder die Musik kommt, wo ich dachte so, nein, ich will jetzt einfach nur mit ihm mitweinen, aber die Musik nimmt es mir jetzt gerade. Ja. Und jetzt beim zweiten Mal gucken konnte ich mit ihm mitweinen, weil ich dachte, okay, die Musik ist jetzt mal gerade egal. Ja. Du lässt dich jetzt einfach auch treiben. Ja. Ja, es gab auch so eine ganz einprägsame Szene, also du weißt sicherlich, wovon ich rede, also dieser Streit, eine Streitszene. Also die fand ich wirklich unfassbar gut, geschauspielert auch. Ja, auf jeden Fall. Wo ich mir auch so dachte, ja, also sowas kommt ja auch vor, in so Streitereien, wo man sich so Dinge sagt, die man dann gar nicht so gemeint hat. Aber die einfach in dieser Situation, einfach weil man so eine Wut empfindet. Ja. Weil auch diese ganze Situation einfach so, ne, die treibt einen so in diese Wut, so, ne, einfach, es ist ja eigentlich auch so, man merkt ja jederzeit, die mögen sich ja noch und irgendwie lieben die sich auch noch, ne, auf irgendeine Art und Weise. Ja. Und das glaubt man denen auch, also das, das kauft man denen auch ab, dass die sich vorher geliebt haben, ne. Ja, voll. Und, und, ähm, und dass die dann in so eine Situation getrieben werden, wo die sich dann einfach, ja, wo die sich dann hochhassen können irgendwann, so, ne. Weil dann zum Beispiel diese Anwälte kommen und so und das wird auch sehr gut dargestellt, also auch von Ray Liotta, sehr gut geschauspielert und von Laura Dern, die ich auch sehr gut fand. Und, ähm, ja, also das hat auch so gezeigt, wie unglaublich kapitalistisch das auch ist, so, so eine Scheidung, ne. Auch dort, also wo dann so mit, mit Summen, also da werden mit Summen gespielt, so, ja, so und so viel kostet das und, und, und so viel werden wir von den Ex-Partnern eintreiben und so. Und ich mir dachte, wow, okay. Ja. Das ist ja ganz schön krass. Ja. Ja. Ja, das ist halt auch so ein interessanter Aspekt, den wir in dem Shorts-Podcast nicht so richtig beleuchtet haben, nämlich, ähm, oder nur ganz am Rande, weil eine Scheidung muss man sich auch erstmal leisten können. Ja, ja. Und ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis Leute, die sind noch verheiratet, weil sie es sich einfach nicht leisten können, sich scheiden zu lassen, selbst wenn sie es einvernehmlich tun, wo du ja keine Anwälte brauchst, wo du einfach nur vor Gericht gehst und das Ganze sozusagen klärst, aber da musst du halt auch 2000 Euro für hinlegen, so. Ja, ja, und das musst du auch erstmal locker haben, genau. Ja, und da werden ja, von, da wird ja von ganz anderen Summen geredet. Ja. Und du denkst, oh, okay. Ja. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh, shit. Ja. Wenn das auf mich zukommen würde, Hilfe. Ja. Also ich fand den auch sehr gut. Der war auch für so einen Noah-Baumbach-Film, also zeitweise auch recht niederschmetternd. Also sonst bin ich das eher gewohnt, dass die so, also der spricht ja auch oftmals schon so Themen an, die jetzt nicht immer locker flockig sind, so. Aber die kommen trotzdem immer sehr leicht daher, so, ne. Oder werden durch irgendeinen Witz aufgelöst, so. Die sind schon immer, die haben schon so einen eigenartigen Humor, so seine Filme. Und der war jetzt aber auch schon recht ernsthaft. Also der hatte gar nicht so diese Lockerheit, ähm, wie seine Vorgängerfilme. War aber auch nicht so niederschmetternd, wie der Trailer vermuten lässt. Also ich fand den wirklich, äh, rundum perfekt, muss ich sagen. Für alle eigentlich. Ja, das stimmt. Also wer es noch nicht geschaut hat und wer solche Trennungsgeschichten nicht scheut, der sollte den auf jeden Fall mal auf Netflix anschauen. Weil die Hürde ist ja jetzt auch nicht allzu groß. Ja, wie schon anfangs erwähnt, äh, besprechen wir heute den Film Alles Außergewöhnlich. Im Französischen heißt der Ors Normen oder ich kann es nicht wirklich aus, möchtest du das aussprechen? Also das S wird schon mal nicht ausgesprochen. Or Norme, dachte ich eigentlich. Ja, Norme. Or Norme. Ich denke nur Norm, aber ist ja auch egal. Or Norm. Äh, ist von 2019, also ein ganz, ähm, frisch erschienener Film. Der hat jetzt auch seinen deutschen Start am 5. Dezember. Läuft also jetzt im Kino. Jetzt im Kino. Also wenn ihr Lust habt, den Film zu schauen, dann geht ins Kino. Ähm, ich hoffe, wir machen auch ein bisschen Lust auf den Film. Ähm, ja, wir hatten schon die Möglichkeit gehabt, diesen Film, ähm, vor dem Kinostart zu schauen. Und, ja, kurz zum Inhalt. Ähm, Christiane, möchtest du da kurz was zu sagen? Äh, ja, kann ich machen. Also es geht in diesem Film um in erster Linie zwei Sozialarbeiter, würde ich sagen. Einer wird gespielt von Vincent Cassel. Wie heißt der in dem Film? Bruno. Bruno? Bruno, genau. Und der andere wird gespielt von? Reda Kadepp. Und der heißt? Malik. Genau, und Malik. Und die beiden setzen sich ein für Personen mit der Autismus-Spektrumstörung. Und das sind eben solche Personen, die so stark vom Autismus betroffen sind, dass sie eben, ja, kein selbstständiges Leben führen können und auch nicht in den dafür vorgesehenen Einrichtungen mehr untergebracht werden können. Aus diversen Gründen. Und, ja, sozusagen so ein Auffangnetz bilden für Leute, die, ja, aus dem normalen Gesundheitssystem sozusagen rausfallen. Genau, genau. Und man sieht eben deren Alltag und, ja, welchen Herausforderungen sie sich stellen müssen, wie sie mit den PatientInnen interagieren, ja, wie sie die im Alltag begleiten, wie sie die auch versuchen zu fördern und so weiter. Aber man sieht halt auch, wie die immer wieder an ihre Grenzen kommen. Und vor allem auch, wie das Privatleben auf der Strecke bleibt, würde ich sagen. Ja. Der Reda Kadep. Der spielt den Malik. Und den kennt man zum Beispiel von Filmen wie Ein Prophet, Lost River oder auch Hippokrat. Für letztes hat er auch sogar mal einen Preis gewonnen. Und Regisseure sind, also es sind zwei Regisseure, die den Film gedreht haben. Zum einen der Erik Tolidano und der Olivier Nakash. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen. Beide sind für Filme, also haben schon Filme gedreht wie Zwei ungleiche Freunde, den sehr bekannten Ziemlich beste Freunde oder auch Heute bin ich Samba. Ähm, letztere waren auch sehr bekannt in Deutschland. Ähm, letztere waren auch sehr bekannt in Deutschland. Ähm, und dadurch kenne ich die auch. Ja, Produzent war Nikola Duval Adasovsky. Und er hat auch schon, also die erst, also die genannten Filme auch mitproduziert. Also auch Zwei ungleiche Freunde, Ziemlich beste Freunde und Heute bin ich Samba. Ähm, für die Musik war ein deutsch-schweizerisches Musikduo zuständig, nämlich die Grand Brothers. Und die sind stilistisch zwischen Klaviermusik und Elektronika einzuordnen. Und das ist sogar die erste Musikproduktion für einen Film gewesen, für die beiden. Für die Kamera war ein Herr Antoine Sagnier zuständig. Ähm, er hat die Kamera geführt in Filmen wie zum Beispiel Killer Elite oder Ziemlich beste Freunde. Und für den Schnitt war ein Dorian Regal an zu zuständig. Der hat auch, ähm, den Schnitt gemacht wie zum Beispiel Filme wie Ziemlich beste Freunde, Der nächste bitte oder Heute bin ich Samba. Also schon, also die haben so ihr eingeschworenes Team. Genau. Ja, richtig. Das zeichnet sich da ab. Genau. Und Wissenswertes zu dem Film, ähm, also der Film feierte seine Weltpremiere als Abschlussfilm bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes im Jahr 2019. Und, ähm, die Geschichte über Bruno und Malik basiert auf einer Bekanntschaft zu zwei Männern, die die Regisseure kennengelernt haben, als sie, äh, beide, ähm, in einem Feriencamp waren. Also da haben die beiden davon erzählt, dass die sich da für, ähm, Projekte engagieren. Und, ähm, zum Beispiel die Figur von Bruno ist inspiriert von Stéphane Bernamu. Und der leitet seit 1996 den Verein Das Schweigen der Gerechten, die sich wie im Film auf die, ähm, Aufnahme und Integration autistischer Kinder und Jugendlicher spezialisiert haben. Und, ähm, die Figur von Malik ist inspiriert von einem Herrn, äh, Daoud Tatou. Und der leitet seit 2000 den Verein Le Relais IDF. Und kümmert sich auch um, äh, autistische Kinder und Jugendliche, aber auch um soziale und berufliche Eingliederung junger Menschen aus Brennpunktvierteln, was im Film dann auch zu sehen ist. Ja. Genau. Und, ähm, im Film werden die Patienten durch echte Autisten gespielt, was ich auch noch sehr interessant fand. Ähm, und ein Jahr vor Drehbeginn wurden zusammen mit den autistischen Darstellern, äh, wurde ein Workshop gestartet, sodass die Darsteller mit Autismus, also, dass die sich an diese Situation gewöhnen können. Also, da wurde wie so ein, so eine Art Theaterworkshop dann veranstaltet. Auch immer mit denselben Darstellern, damit die dann auch sich dran gewöhnen, ne, und damit dann der Dreh an sich viel leichter fällt. Und dadurch, dass ja die Regisseure schon vorher so erfolgreiche Filme gedreht haben, hatten die auch genügend Zeit gehabt, ähm, und auch genügend Vertrauen vom Filmstudio bekommen, um so ein Projekt dann auch durchzuführen. Also war das schon so ein Herzensprojekt, kann man sagen. Genau, richtig. Das hatten die schon sehr lange in Planung gehabt. Ähm, also diese Idee hat schon sehr lange bei denen rumgegeistert. Und irgendwann haben sie sich gesagt, hier, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt machen wir es. Und dann haben die das dann auch so umgesetzt. Genau, auch zum Beispiel durch den Erfolg von Ziemlich Beste Freunde, weil da haben die ja auch schon einen Film gedreht mit einer Person mit Handicap. Also da war es ja ein querschnittsgelähmter Mensch. Und da haben sie sich gesagt, naja, okay, das kommt ja doch ganz gut bei den Zuschauern an. Sowas können wir ja auch drehen. Und somit haben die dann sich gesagt, dann machen wir es dann auch mit diesen autistischen Patienten. Genau. Und dann gab es ja auch diesen Benjamin Lesieux, der spielt nämlich den Josef. Und den haben sie auch in diesem Workshop kennengelernt, die beiden Regisseure. Und haben bei ihnen eine sehr, eine ausgeprägte Art der Spiellust entdeckt. Und haben den dann somit für diese Hauptrolle dann besetzt, für den Josef. Auf den wir dann auch später nochmal etwas eingehen. Und dieser Benjamin, der wurde für seine Darstellung des Josef für den Cäsar als bester Nachwuchsdarsteller nominiert. Genau. Und der Film hat auch schon einen Preis gewonnen für den besten Film. Das war bei den San Sebastian International Film Festival 2019. Und er hielt sogar das Prädikat, besonders wertvoll, der deutschen Film- und Medienbewertung. Und unter anderem mit der Begründung, ein sorgfältig recherchierter Film, der einen liebe- und respektvollen Blick auf alle Protagonisten wirft. Und dem es mit großer Wärme und Leichtigkeit gelingt, ein komplexes und gesellschaftlich hochrelevantes Thema zu erzählen. Ja, das war es von meiner Seite. Ja, wie fandest du den Film denn? Ja, ich fand den sehr interessant, weil der, ja, wie wir hier schon so ein bisschen gesagt haben, weil der so einen Einblick gegeben hat, der mir vorher noch gar nicht so bekannt war. Also ich wusste auch nicht, dass es in Frankreich sowas gibt, also solche Einrichtungen, die auch gar nicht vom Staat finanziert werden, also die eigentlich das auch nicht wirklich legal machen. Und dass sie dann so ein Auffangbecken sind für Patienten, die wirklich sonst nirgendwo unterkommen würden. Und das hat der Film eigentlich auch sehr realistisch dargestellt. Also ich fand es auch sehr gut, dass der, dass der nicht so geworden ist wie zum Beispiel Ziemlich Beste Freunde, also der ja schon so einen komödiantischen Touch hatte. Also der war schon etwas ernster und auch realistischer dargestellt. Und der wird zwar so als Komödie, als Sozialkomödie bezeichnet, aber ich fand den überhaupt nicht so witzig die ganze Zeit. Also der hatte zwar einige Momente drin gehabt so, aber eher so tröpfchenweise so, ne, hatte der mal so ein paar Momente gehabt, wie zum Beispiel, als dann Vincent Cassel, also der Bruno, dann zu Dates so ein bisschen gezwungen wird durch, durch jemanden, den er kennt. Und ja, das waren dann so ein bisschen so ein paar Lacher. Aber ansonsten war der schon recht nah an der Realität und hat auch so ein paar Momente gehabt, die mich dann schon, wo ich dann so ein Kloß im Hals hatte. Besonders so das Ende, wo ich mir so dachte, ja, okay, das ist schon ganz schön hart. Und was man gut nachvollziehen konnte, so diese Gehetztheit von Bruno und dem Malik. Also dass es wirklich zum einen eine Herzensarbeit ist, die die da leisten, aber auch zum anderen, dass es kaum eine Möglichkeit bleibt, überhaupt sich, also ein Privatleben zu führen. Ja. Und wie fandest du den? Ja, ich fand den auch gut. Also vor allem will ich positiv hervorheben, dass dort eben keine, ja, gesunden Schauspieler, die Autistinnen spielen, sondern dass das alles wirkliche Autisten sind. Das finde ich sehr positiv und die machen das halt auch total super. Und man merkt halt, dass die wirklich viel Zeit aufgewendet haben, um da so ein Vertrauensverhältnis herzustellen, um eben auch die Szenen mit denen durchziehen zu können und so weiter. Und das fand ich wirklich super. Und gerade der, wie hieß er, Joseph, wie hieß der Schauspieler? Der Schauspieler nochmal? Benjamin Lesieux. Genau, der Benjamin Lesieux, der macht das auch wirklich total gut, finde ich. Also den schließt man auch irgendwie so total ins Herz. Ja, der ist schon sehr lieber. Ja, der baut zwar immer wieder Mist so, aber ja, man merkt halt, okay, wenn man das verstanden hat, was seine Schwierigkeiten einfach sind, und Bruno hat das ja verstanden, dann sind die halt eben auf so einer Ebene, wo die auch gut miteinander interagieren können und wo er auch zeigen kann, was er kann. Und so, der hat ja auch viele Stärken und so, die er dann auch in dem beruflichen, in dem Praktikum dort da einfließen lassen kann und so weiter. Das fand ich alles total gut. Und ich finde tatsächlich, also ein Problem von Autismusdarstellungen in Serien oder Filmen ist ja oft so eine Stereotypisierung. Da kommen wir auch im Laufe der Folge noch häufiger darauf zu sprechen, weil wir auch noch ein Interview haben mit einer autistischen Person. Und das ist eben genau das, wenn man irgendwie sich überlegt, na, was gibt's für Autisten in Filmen, dann hast du halt so diese Hochbegabten, diese Savants, wie man die zum Beispiel in dem Film Rain Man halt hat. Ja. Mit Dustin Hoffman, den ich, also was, glaube ich, für mich der erste Film war mit einer autistischen Person, die ich überhaupt gesehen habe. Ja, für mich auch, ja. Und ich fand den auch nicht schlecht so, aber ja, das ist natürlich auch nur eine Seite und eine, die eigentlich auch einen relativ kleinen Prozentsatz der Autisten ausmacht. Also es gibt halt, also es ist ja ein Spektrum, es gibt halt total viele Ausprägungsgrade und Formen und ich finde, was der Film halt versucht, ist, dass der eben verschiedene Formen von Autismus auch einfach mal zeigt. So, also dass man eben, natürlich kann man nicht alle Formen in so einen Film reinpressen und man hat hier halt auch die Einschränkung, dass es alles Personen sind, die auf externe Hilfe angewiesen sind. Also man hat sozusagen keine Autisten in dem Film, die vollkommen selbstständig sind so, weil das halt auch nicht das Setting des Films war. Aber zumindest in diesem Bereich hat man schon eine relativ große Varianz, also eine ziemlich große Bandbreite an Ausprägungsgraden, würde ich einfach mal behaupten. Und das hat mir wirklich ziemlich gut gefallen und das, finde ich, ist auch eine Stärke des Films. Ich fand es auch wirklich gut, dass der so nah an der Realität war, weil ich hatte auch wirklich gedacht so, oje, das ist von denen, die ziemlich beste Freunde gemacht haben, den ich ja auch mag. Finde ich auch super, den Film, aber der war halt schon sehr aufs Publikum so zugeschnitten. Auch so ein Feel-Good-Movie, also das ist so einer, der eigentlich nicht wirklich aneckt, also jetzt nicht so sehr. Und dieser Film, ja, das ist so einer, ich glaube, der ist jetzt nicht für dieses Publikum unbedingt geschaffen, der jetzt, die jetzt zum Beispiel ziemlich beste Freunde gut fanden. Also die jetzt so einen, ja, locker flockigen Filmeabend haben möchten. Genau, ich dachte an einem Punkt halt auch so, okay, jetzt läuft das wieder auf so eine Geschichte hinaus, so ein Typ, der aus sozial, ja, prekären Verhältnissen kommt, der findet jetzt in einem Autisten so einen besten Freund fürs Leben. Und dann ist es wieder so ein Buddy-Dings und da läuft es halt wirklich so überhaupt nicht drauf hinaus. Obwohl es halt so gewisse Anzeichen gibt, dass es jetzt so laufen könnte, aber das ist halt nicht der Fall. Und das fand ich total gut, dass man, dass da auch so ein bisschen mit den Erwartungen gespielt wurde. Ja, und dass der halt auch nicht so rührselig war. Ja, also das finde ich halt oft so blöd an Filmen, wenn die dann versuchen mit der Musik so eine dramatische, melancholische Stimmung aufzubauen und mir gesagt wird so, guck sie dir doch an, die Autisten, wie sie sind und so. Und sowas fand ich, hat man da gar nicht. Also das fand ich total gut. Das fand ich auch ganz gut, ja. Was wolltest du gerade sagen? Der hat mich auch zeitweise so ein bisschen an den zuletzt erschienenen Film Systemsprenger erinnert, wo er auch so eine Beziehung war zwischen so einem Sozialarbeiter und der Patientin. Ich dachte auch erst mal, das läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass der dann auch irgendwie, dass die so eine Beziehung entwickeln. Weil da gibt es ja auch ein autistisches Kind in dieser Einrichtung, was ja eine sehr starke Ausprägung von Autismus hat. Also nicht so wie der Josef. Der Josef ist ja schon einer, den kann man ja auch an so eine Einrichtung schicken. Also so ein Praktikum fängt er ja auch an. Also der kann ja auch mit Menschen irgendwie so agieren. Das geht ja schon. Aber da gibt es ja dieses Kind, was ja ganz starke Ausprägung hat, also was sich ja komplett abschirmt. Genau, was auch nicht sprachlich kommuniziert und was vor allem auch total stark autoaggressiv ist. Ja, also ja, verletzt sich ständig selbst und so weiter. Und da versucht ja da auch dieser eine, wie heißt der nochmal in dem Film? Ja, also der versucht zumindest da eine Beziehung, also der wird ja dann für dieses Kind, soll er sich ja dann um dieses Kind kümmern. Und versucht ja dann auch so einen Zugang zu erhalten. Und ich dachte erst mal, das läuft so ein bisschen darauf hinaus wie bei Systemspringen. Ja, ja. Genau, ist dann aber nicht so der Fall gewesen. Also der ist auf jeden Fall nicht so emotional mitreißend wie Systemspringern, das muss man glaube ich sagen. Also es ist schon in vielen Fällen sehr emotional. Es gibt auch wirklich Szenen, wo man so echt so ein Kloß im Hals hat, wo es dann eben zum Beispiel darum geht, dass eine Mutter halt wirklich nicht mehr weiter weiß so. Ja. Also wo halt einfach keine Zukunftsperspektive so da ist. Und die Szenen werden dann aber so humoristisch ein bisschen aufgelöst, was ich ein bisschen unpassend fand manchmal, muss ich sagen. Ja. Aber wenn man darüber hinweg sieht, finde ich, ist das durchaus ein sehenswerter Film, der halt wirklich mal versucht Autismus von verschiedenen, also verschiedene Facetten des Autismus darzustellen und das auch größtenteils gelingt. Mhm. Ja. Also was, was ich vielleicht noch so ein bisschen bemängeln möchte oder ja kritisieren möchte, ist, dass der Film manchmal nicht so einen richtigen Fokus hat. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also der bricht so ein bisschen mit den Sehgewohnheiten, weil man denkt, okay, es geht jetzt um Bruno, der ist so die Hauptperson und wir werden den so die größte Zeit verfolgen. Mhm. Was ja schon auch irgendwie stimmt, aber es ist trotzdem nicht so, ja, nicht so unglaublich fokussiert auf ihn, ne, weil man eben so viele unterschiedliche Personen noch hat, die auch dort in dieser Einrichtung eine Rolle spielen. Ja. Und dann den Malik noch hat, so als zweite Hauptperson, die aber nicht so persönlich beleuchtet wird, sondern eher so rein im professionellen Kontext. Mhm. Und dadurch, ja, hatte ich das Gefühl, dass der Film sich manchmal so ein bisschen verliert, also den Fokus einfach verliert. Aber letztlich muss das ja auch nichts Schlechtes sein, so. Nee, also ich hab das auch erst mal so, ich dachte erst mal, es geht um ein autistisches Kind, so, ne, in diesem Film und dass das beleuchtet wird. Und ich dachte erst mal am Anfang dieses Kind, was da eine sehr starke Ausprägung hat, ne, weil das ja auch als neuer Patient kommt, dieses Kind ja rein. Und ich dachte mir, okay, jetzt wird der Fokus sicherlich auf dieses Kind gelegt und diese Beziehung zwischen den Sozialarbeiter, also der dann auch da aus einer sozialen, der kommt ja auch aus einem sozialen Brennpunkt, so. Und die versuchen, den ja auch irgendwie beruflich zu integrieren und so. Und dass das dann so gezeigt wird, ne. Aber dann wird das ja auch, das switcht ja ständig rum, also dann wird der Prüno gezeigt, dann der Malik so ein bisschen. Und dann zum Beispiel auch der Josef, wie er sich dann auch macht, ne, wie er dann auch so versucht wird, ihn da einzugliedern ins Berufsleben und so weiter. Was das für Schwierigkeiten mit sich bringt. Also das ist so episodenhaft eigentlich, ne. Ja, ja, das stimmt. Es wird alles so ein bisschen beleuchtet, aber nicht so wirklich eine Person wirklich tiefgehend, so. Was ich aber einerseits gut finde, weil man dann auch einen umfassenden Einblick bekommt, so in dieses Ganze, was das so ausmacht, so dieses, diese Sozialarbeit. Aber natürlich hat es den Nachteil, dass du nie so was wirklich tiefgehend dann beleuchtet bekommst, so, ne. Da, ja, okay, das hätte vielleicht eine Serie lösen können oder so. Ja, ja. Aber das ist ja ein Film, der geht, wie lange geht der? Zwei Stunden ungefähr, ne. Da hast du einfach nicht die Möglichkeit. Aber das fand ich jetzt gar nicht so schlimm, weil ich fand's interessant, mal zu erfahren, dass es überhaupt sowas gibt in Frankreich. Also hier in Deutschland, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt in Deutschland gibt, in der Art. Also ich weiß, dass wir in Chemnitz zum Beispiel ein Autismuszentrum haben. Aber das ist ja auch staatlich sicherlich irgendwie. Ich denke, ja, ich weiß nicht, ob das staatlich oder privat finanziert wird. Ja, naja, was ja auch zum, um mal ein bisschen was zu verraten, das ist ja so, dass die auch gar nicht ausgebildet sind als Sozialarbeiter. Also das ist ja alles, die haben sich das alles irgendwie selbst beigebracht und die bringen ja, also die machen ja auch eine Schulung für diese Menschen, die aus einem sozialen Brennpunkt kommen. Das wird ja auch öfter so gezeigt. Und das wurde erst zum Schluss so mir so richtig bewusst, okay, die sind ja alle gar nicht ausgebildet. Das machen die alles einfach aus eigenem Antrieb, weil die halt den Menschen helfen wollen. Und das fand ich eigentlich schön so zu sehen, dass da so ein Wille dahinter ist. Eigentlich, die kriegen nicht viel Geld dafür, aber machen es trotzdem. Opfern ihre gesamte Freizeit und vielleicht auch ihr Sozialleben, also das private Sozialleben, meinte ich jetzt so, um den Menschen da zu helfen, denen es nicht gut geht. Den sonst keiner helfen würde und das fand ich zum Schluss von Vincent Corset, also hier, der den Bruno spielt. Der Bruno, der sagt ja dann auch so ein paar Sachen zum Schluss. Also die fand ich dann schon ganz schön rührend so. Die ging mir dann ganz schön nah so, weil mir das dann so bewusst wurde, das Ganze. Ja, das sind halt so typische Helden des Alltags, denen hier quasi so ein filmisches Denkmal gesetzt wird. Die wollen eigentlich nicht viel dafür, also die wollen jetzt nicht viel Geld oder denen ist jetzt auch nicht wichtig, dass die von jedem Anerkennung erfahren oder so. Die tun es einfach für diese Leute und das kam auch sehr gut rüber, fand ich. Ja, und da haben die auch super Darsteller bekommen, also Vincent Corset finde ich eh immer sehr gut, ja. Und natürlich die ganzen Darsteller, die Autismus haben, also das war sehr beeindruckend. Also ich wusste das ja gar nicht, also ich habe das jetzt auch erst erfahren, so durch die Recherche ein bisschen. Und das fand ich dann umso beeindruckender. Ja, ein Punkt, der mich allerdings aufgeregt hat, aber das nimmt im Film auch nicht wirklich viel Raum ein. Du hast gerade gesagt, dass der Bruno ab und zu mal so Dates hat und so weiter, die halt auch nicht so richtig laufen. Und dann kommt aber auf einmal eine total schöne, sehr junge Frau in seine Einrichtung und da sind seine Augen gleich auf sie gerichtet und da versucht er auch so ein bisschen zu flirten und hat dann auf einmal doch ganz viel Zeit für sie. Und dann dachte ich so, oh, ist ja immer wieder typisch. Kaum kommt da so eine wunderschöne junge Frau rein. Auch wieder sehr jung, ne? Also der ist ja auch schon Mitte 50. Das fand ich dann so, ah, lame. Aber okay, ich finde, dass der Film trotzdem so viel richtig macht, dass man ihm das verzeihen kann. Finde ich auch. Ja, wir haben den nur einmal gesehen, das ist auch schon ein paar Wochen her und deswegen gehen wir jetzt nicht so intensiv auf die einzelnen Szenen ein. Ja, besser, naja, es ist ja auch so, der läuft ja auch aktuell im Kino. Das wäre jetzt auch nicht so gut, so viel zu verraten. Also ich denke mal auch, viele haben den jetzt noch nicht gesehen und es soll ja auch eher ein Anreiz dann auch sein, den vielleicht noch zu sehen. Genau. Aber nichtsdestotrotz sollen wir heute über Autismus sprechen und deswegen kommt jetzt der wissenschaftliche Teil. Ja, also das soll jetzt erstmal so ein quasi Rundumschlag sein über das Thema Autismus Spektrumstörung. Man kann da zu einzelnen Aspekten, sei es jetzt die Behandlung oder die Differenzialdiagnostik und so weiter, noch mega in die Tiefe gehen. Aber im Rahmen dieses Podcasts können wir das jetzt nicht leisten. Aber ich dachte, gut, Autismus, das ist ein Ding, da kann ich natürlich viel drüber erzählen, was jetzt in Lehrbüchern steht. Aber es wäre natürlich auch cool, da mit jemandem drüber zu sprechen, der das auch wirklich hat. Und deswegen haben wir das. Ich habe vor der Aufzeichnung dieser Folge ein Interview geführt mit der Paula und das werden wir dann einbauen zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb dieses Podcasts. Aber jetzt erstmal sozusagen die Grundlageninformationen. Dann leg mal los. Jo, also wir reden hier von Autismus Spektrumstörungen. Die haben ja mehrere Aspekte gemeinsam, nämlich Defizite in der Kommunikation und sozialen Interaktion sowie Stereotype Verhaltensweisen. Man kann auch sagen, denen fehlt so ein bisschen die Intuition in Bezug auf andere Menschen. Die haben ein fehlendes oder eingeschränktes Einfühlungsvermögen und eingeschränkte Interessensmuster. Das sind sozusagen die Aspekte, die denen gemein sind. Und warum spreche ich jetzt von mehreren Störungen? Naja, das liegt einfach daran, dass in der ICD-10, was ja im Moment noch das aktuelle Klassifikationssystem der Krankheiten in Deutschland ist, da haben wir eben ein Kapitel, das nennt sich Tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Und in dem befinden sich drei Diagnosen, die dem Autismus Spektrum zugeordnet werden können. Und wie das jetzt in Zukunft aussehen wird, das werde ich dann gleich nochmal erläutern. Auf jeden Fall, in der ICD-10 haben wir zum einen frühkindlichen Autismus. Das ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert. Und zwei Symptome sind dabei zentral. Zum einen die qualitative Beeinträchtigung der wechselseitigen Kommunikation und sozialen Interaktionen und eingeschränkte, sich wiederholende und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten. Jetzt sagt man sich so, okay, das hast du doch gerade schon erzählt, so in Bezug auf die Autismus Spektrumstörung insgesamt. Und da muss ich sagen, ja genau, weil genau das eben die Symptome sind, die eben sich auch in den anderen Diagnosen, wie sie in der ICD-10 noch drinstehen, auch finden lassen. Und weil es eben so starke Überlappungen gibt zwischen diesen drei Diagnosen, wurde das dann auch aufgegeben. Die zweite dieser Diagnose ist der atypische Autismus. Das ist im Grunde genau das gleiche Symptombild, wobei sich die Manifestation im oder erst nach dem dritten Lebensjahr zeigt und oder die Auffälligkeiten sich nicht in allen Bereichen zeigen, also nicht in Bereichen wie Kommunikation, Interaktion, stereotypes, repetitives Verhalten zwingend vorhanden sein müssen. Und dann gibt es noch das Asperger-Syndrom. Das zeichnet sich aus durch eine qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion, durch eingeschränkte, sich wiederholende und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten, also auch das, was wir gerade schon hatten. Aber im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus fehlt dabei eine eindeutige sprachliche oder kognitive Entwicklungsstörung. Das heißt, in der Regel findet man bei Patienten mit dem Asperger-Syndrom keine Intelligenzminderung und keine sprachlichen Entwicklungsdefizite. So, und jetzt sollte klar werden, dass die sich eigentlich durch mehr Gemeinsamkeiten auszeichnen als Unterschiede. Und deswegen wurde diese Dreiteilung in der ICD-11 auch aufgegeben im DSM-5. Das ist ja das Klassifikationssystem für Amerika, also für die USA. Dort gab es schon länger nur noch die Autismus-Spektrum-Störung, also nicht mehr diese Dreiteilung. Jetzt möchte ich aber auf die Autismus-Spektrum-Störung insgesamt noch mal ein bisschen genauer eingehen, so wie die nach dem DSM-5 klassifiziert wird. Und ja, da einfach noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, ohne jetzt wirklich auf diese Dreiteilung einzugehen, weil wie gesagt, die wird sowieso aufgehoben. Also im DSM-5 haben wir insgesamt vier Kriterien. Unter dem Kriterium A sind verzeichnet andauernde Defizite der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktionen in allen Kontexten, die nicht durch generelle Entwicklungsverzügungen erklärt werden können und sich in den folgenden Bereichen manifestieren. Du kannst ja jetzt mal überlegen, inwiefern du beim Film dort auch genau das wiedergefunden hast oder auch nicht, bei welchen Personen das auftrat. Das erste sind Defizite der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit, nennt sich das hier. Also man könnte auch sagen, Defizite im Bereich Empathie. Was man weiß, ist, dass die Theory-of-Mind-Fähigkeit bei autistischen Personen eingeschränkt ist. Theory-of-Mind, das bedeutet, das ist eine Fähigkeit, die entwickelt sich im Kleinkindalter, so zwischen anderthalb und vier Jahren ungefähr. Und das bedeutet, dass die Kinder ein Gefühl dafür bekommen, eine Überzeugung dafür bekommen, dass andere Leute andere Gedanken haben können als man selbst, ein anderes Wissen haben können, andere Überzeugung haben können. Und in diesem Bereich haben eben autistische Personen häufig Schwierigkeiten oder Defizite. Das heißt, die emotionale Schwingungsfähigkeit ist auch eingeschränkt, weil man eben schlechter antizipieren kann, was das Gegenüber denkt und fühlt. Genau, das emotionale Einfühlungsvermögen kann jedoch trainiert werden. Also das heißt, die Personen mit Autismus trainieren das explizit. Nicht so wie wir das einfach implizit durch unsere normale Entwicklung mitbekommen, müssen die das explizit lernen. Das heißt, das Verständnis für andere Personen kann wie Vokabeln eingeübt werden. Allerdings führt das dazu, dass soziale Interaktionen zu so einer Denksportaufgabe werden, von der man sich dann wieder erholen muss, weil die halt auch sehr anstrengend ist. Soziale Regeln werden nicht implizit gelernt, sondern explizit, zum Beispiel durch Lesen von Benimmliteratur. Das heißt sozusagen, soziale Algorithmen werden auswendig gelernt. Wenn jemand so und so reagiert, dann heißt das das und dann muss ich so und so reagieren. Also das muss halt alles so auswendig gelernt werden sozusagen. Oftmals ist es auch so, dass soziale Interaktionen, auch sowas wie Alltagsgespräche, mit exaktem Wortlaut geplant und eingeübt werden. Kenne ich von mir auch, muss ich sagen. Ja, aber jetzt nicht so ausgeprägt sicherlich wie bei den Betroffenen. Genau. Und ein Punkt, der halt beispielsweise in der Serie Big Bang Theory oft thematisiert wird, ist, dass dieses fehlende Einfühlungsvermögen dafür sorgt, dass zweideutige Kommunikationssignale und Inhalte nicht erkannt werden. Also dass autistische Personen eben Schwierigkeiten haben, Ironie zu erkennen, Humor zu erkennen, aber eben auch das Verständnis für Sprachpragmatik eingeschränkt ist. Also das heißt zum Beispiel, wenn man solche Leute fragt, hast du eine Uhr? Dann würde eben die Antwort kommen, ja oder nein, wie auch immer. Aber dann würde nicht, dir würden die nicht implizieren, dass du jetzt die Uhrzeit wirst. Genau, genau. Das Verständnis fehlt dann eben, weil eben so dieses Intuitive für soziale Kommunikation fehlt. Weil du jetzt gerade bei Big Bang Theory warst, Sheldon Cooper, wie würdest du den einschätzen? Hat der auch so eine Störung? Also da gehen wir gleich im Interview auch drauf ein. Ich habe mich mit der Person jetzt nicht näher beschäftigt, aber ich glaube, dass da schon vieles von dem, was hier in diesen Kriterien drinsteht, schon auf ihn zutreffen. Wobei, wie Paula mir gesagt hat, wird das wohl tatsächlich in der Serie nicht explizit erwähnt, dass er jetzt Autist ist. Nee, ist mir auch, also das wurde noch nie gesagt, ja. Ja, aber ich glaube schon, dass vieles davon auch zutrifft. Und das offenbar, dass auch eine recht gute Darstellung ist. Mhm, ja. Dann gibt es weiterhin Defizite im nonverbalen kommunikativen Verhalten in der sozialen Interaktion. Und das, finde ich, kommt auch im Film relativ gut rüber, vor allem in den Situationen, wo Bruno und Josef miteinander interagieren. Mhm. Der Josef, der guckt nämlich selten dem Bruno in die Augen. Ja. Ähm, das liegt daran, dass nonverbale Kommunikationssignale, sowas wie Mimik und Gestik und eben Augenkontakt für autistische Personen keine Informationen enthalten. Mhm. Das heißt, die haben auch Schwierigkeit, Augenkontakt zu halten. Die Blickrichtung, wenn eigentlich Augenkontakt angezeigt ist, geht eigentlich häufiger dann zwischen die Augen oder auf die Nase oder auf den Mund. Mhm. Oder, was die auch häufiger machen, ist, dass der Blick defokussiert wird. Also, dass das Gesicht des Gegenübers auf nicht scharf gestellt wird. Mhm. Als ob man irgendwas hinter der Person fokussieren würde. Und ich finde, das kommt tatsächlich im Film relativ gut rüber. Ich erinnere mich da an die Szenen, wo die zusammen im Auto sitzen und Bruno sozusagen nochmal sagt, hier, wenn du gleich da reingehst, dann mach dies und dies und so. Und da, finde ich, kommt das ziemlich gut rüber. Ja, ist auch wohl dem geschuldet, dass das auch alles echte Betroffene sind. Also, ja. Das wäre auch, ich, ja, denkst du, das wäre schlechter gewesen, wenn das wirklich Schauspieler gewesen wären? Also, jetzt nicht Betroffene? Ja, es wäre auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß. Ja. Also, das hat er, also, ich habe ja auch ein Interview gelesen mit dem Regisseur, der hat auch gemeint, also, er wollte das ja auch verhindern. Mhm. Also, dass er da irgendwelche Darsteller nimmt, also, die das dann nur so tun, als ob. Ja. Und das merkt man ja auch irgendwie. Oder, schlimmer finde ich es ja eigentlich, wenn dann sehr bekannte Schauspieler eine behinderte Person spielen. So, wo ich mir auch immer denke, ja, okay, du kennst die ja auch irgendwie. Lass dir mal so einen, wie zum Beispiel Dustin Hoffman, ne, den kennst du ja auch in anderen Rollen und dann spielt er auf einmal einen Behinderten. Also, ich finde das immer so ein bisschen problematisch. Ja. Ja. Ja, das stimmt schon. Also, ich finde das, deswegen würde ich das hier halt auch so positiv hervorheben, dass es eben kein Schauspieler ist. Ja. Genau. Also, vielleicht noch eine Anmerkung für Leute, die unseren Podcast jetzt zum ersten Mal hören. Also, ich sage lieber Menschen mit Behinderung. Du hast gerade Behinderte gesagt. Sorry. Nee, ich will dir das jetzt nicht vorschreiben. Ich will einfach nur nochmal sagen, ich meine, du bist selber ein Mensch mit Behinderung. Deswegen siehst du das vielleicht auch anders, was so eine Benennung angeht, oder? Ja, schon. Aber, ja, ich mag das Wort behindert eigentlich auch nicht. Aber der Einfachkeit halber habe ich es jetzt gesagt. Ich könnte auch sagen, Menschen mit, ja, mit Behinderung, mit Beeinträchtigung, mit Handicap, ja. Findest du Handicap gut oder schlecht? Handicap finde ich eigentlich auch ganz gut. Okay. Weil ich habe auch gelesen, dass manche Leute das eigentlich eher doof finden. Ja, und das ist ja das Problem. Also, wie willst du das? Also, es gibt ja verschiedene Ansichten. Also, ich finde zum Beispiel, wenn man mich behindert nennt, mag ich das auch nicht so sehr. Also, Beeinträchtigung finde ich dann schon besser oder so. Also, keine Ahnung. Also, das mag ja jeder anders. Also, manche nennen sich selber behindert und, ja. Ja. Deswegen ist es schwierig zu sagen. Also, deswegen verzeiht uns das, wenn wir da jetzt Begriffe benutzen, die vielleicht euch nicht so angemessen sind. Ja. Aber da können wir ja demnächst in Randvoll auch nochmal drüber reden. Genau. Ja, und was auch noch, was ich jetzt rausgefunden habe, das wusste ich auch noch nicht, dass bei autistischen Personen häufig auch eine Prosop-Agnosie vorliegt. Das heißt, Unfähigkeit, Gesichter zu erkennen. Ja. Das kann ja auch völlig unabhängig vom Autismus auftreten. Das ist auch eine neurologische Störung. Ja, ich kenne auch welche, die ja auch so Probleme haben und die keinen Autismus haben. Ja, genau. Also, das kann man, das kann man auch durch einen Schlaganfall bekommen, zum Beispiel. Und, ja, das bedeutet eben, dass die Personen Leute nicht mehr erkennen und, weil sie eben das Gesicht nicht erkennen. Also, die nehmen die Augen einzeln wahr, die nehmen die Nase einzeln wahr, den Mund einzeln, aber die können das nicht zu einem kohärenten Ganzen zusammensetzen und müssen dann eben auch anhand expliziter Signale sich merken, wer das ist. Also, zum Beispiel, okay, das ist eine Person, die hat blaue Augen, die hat eine Brille auf, die hat blonde Haare. Das könnte also der und der sein, so ungefähr. Das ist krass. Also, das kann ich mir so schlecht vorstellen, wie das sein muss. Ja, genau. Und das kommt bei Autismus wohl auch gehäuft vor. Ja. So, dann gibt es noch Defizite beim Eingehen und Aufrechterhalten von Beziehungen entsprechend dem Entwicklungsstand, ausgenommen solcher zu Bezugspersonen. Findest du, das kommt im Film rüber? Ja, schon. Es gibt ja diesen Dillon, also der aus diesem sozialen Brennpunkt kommt und die Beziehung zwischen Dillon und dem Valentin, also Valentin ist der mit der sehr starken Störung. Genau, also es entwickelt sich ja da auch so eine Beziehung, so eine Art und es gibt ja auch dann einige Momente, die sieht man im Film, wo auch dann der Dillon kommen muss, damit der Valentin sich beruhigt, weil er dann schon so eine Beziehung aufgebaut hat. Also es gibt ja diese Szene zum Beispiel auf dieser Straße und da kann er dann nur beruhigt werden, als dann da der Dillon kommt. Genau, ja, aber wie die Beziehung aufgebaut wird, ist halt auch nicht einfach so. Ja, ja, das braucht ja sehr lange Zeit. Das wird ja auch so gezeigt, also am Anfang hat er natürlich das auch schwer, der Dillon da Vertrauen zu dem Valentin zu finden, aber es ist ja auch so ein Prozess, es ist ja ein sehr langer Prozess. Ich habe ja auch schon gesagt, es hat ja ein Jahr gedauert mit den Darstellern, die Autismus haben, da überhaupt so eine Vertrauensbasis aufzubauen, bevor die überhaupt angefangen haben zu drehen. Und das war sicherlich zwischen dieser Figur Dillon und Valentin genauso, also dass es auch eine sehr lange Zeit gebraucht hat. Es wird ja nicht genau gesagt, wie viel Zeit vergeht, also es werden ja jetzt keine Daten genannt so, aber man weiß ja schon, es vergeht eine gewisse Zeit. Also auch so ein Prozess bei den Dillon, der da auch lernt, der macht ja auch diese Schulung dadurch und da merkt man ja schon, dass da auch ein Prozess bei ihm stattfindet, aber auch zwischen den Patienten. Und da merkt man ja auch, dieser Valentin kann dann zu bestimmten Personen Vertrauen fassen. Gut, das ist alles, was unter das Kriterium A fällt. Und dann haben wir noch das Kriterium B. Darunter finden sich restriktive, repetitive Verhaltensmuster, Interessenmuster oder Aktivitätsmuster, die sich in wenigstens zwei der folgenden Bereiche manifestieren. Das erste sind Stereotype oder repetitive Sprechweisen, Bewegungen oder Gebrauch von Objekten. Zum Beispiel einfache motorische Stereotypien, Echolalie, repetitiver Gebrauch von Objekten oder idiosynkratische Phrasen. So, das waren jetzt sehr viele Fremdwörter. Also was da eigentlich dahinter steht, also einfache motorische Stereotypien, das ist oftmals dieses, was man so kennt, was so typisch ist, so dieses Hin- und Herwiegen. Echolalie heißt Dinge nachsprechen, also oft wiederholen so. Repetitiver Gebrauch von Objekten, also wiederholter Gebrauch von Objekten in stereotyper Weise. Und idiosynkratische Phrasen, das heißt eigentümliche Sprechweise. Also auch Neologismen, also Wortneuschöpfungen. Vor allem in den ersten Lebensjahren ist die Sprache geprägt von Neologismen, eigentümlichen Phrasen oder auch grammatischen Fehlern. Und was bei Kindern der Fall ist, also autistischen Kindern, die aufwachsen, dass das Personalpronomen ich erst sehr verzögert im Sprachgebrauch angekommen ist. Ich kannte ja auch mal so ein Kind von Bekannten, von meiner Familie. Da war ich auch öfter mal zu Besuch und da habe ich das auch so mitbekommen. Und der war auch noch recht jung, also so unter zehn Jahre. Und was er oft gemacht hat, ist so bestimmte Sätze immer wiederholt. Also der hat sehr oft so Hörspiele gehört oder Filme geschaut oder so. Und dann konnte er dann ganze Sätze, also ganze Dialoge auch wiedergeben. Und die hat er immer wieder so gesagt. Und das war doch schon recht interessant so, weil der wirklich, also Wort für Wort, der konnte das wirklich eins zu eins wiedergeben. Das war schon sehr erstaunlich. Aber natürlich waren dann andere Dinge, waren dann sehr eingeschränkt. Also auch, da habe ich auch gemerkt, er hat dich kaum angeschaut. Er hat zwar irgendwie mitbekommen, dass du da bist. Er wusste auch immer meinen Namen und so. Und das fand ich auch erstaunlich. Der konnte sich mal an meinen Namen erinnern. Also auch, wenn ich längere Zeit nicht da war. Wenn ich dann kam, dann hat er immer meinen Namen gesagt. Und hat dann auch ein, also hat sehr, das war schon sehr seltsam, wie er mit einen gesprochen hat. Das war natürlich nicht wie bei einem Kind ohne diese Störung. Die interagieren ja ganz anders. Also das war schon immer so ein bisschen distanzierter. Auch sehr schnell hat er geredet. Und dann immer gewisse Dinge immer wiederholt in seiner Sprechweise. Das wollte ich nochmal so einwerfen. Ja. Der zweite Punkt, der auch unter dem Kriterium B angesiedelt ist, ist das exzessive Festhalten an Routinen, ritualisierte Muster verbalen oder nonverbalen Verhaltens oder exzessiver Widerstand gegen Veränderungen. Wie zum Beispiel, ja, Verhaltensrituale bestehen auf gleicher Wegstrecke, gleiches Essen, repetitive Fragen oder extremer Stress durch kleine Veränderungen. Das, finde ich, ist was, was so typisch ist am Film Rain Man zum Beispiel. Ja, ja. Also da musste ich total dran denken, weil ich finde, das wird da tatsächlich relativ gut dargestellt noch. Aber so werden ja oft autistische Menschen dargestellt in Filmen. Also, dass sie diese Wiederholung benötigen und auch diesen, das vertraute Umfeld, dass die da nicht rausgerissen werden dürfen. Ja. Also das habe ich schon so oft gesehen im Film. Ja, das stimmt. Das ist auch so ein bisschen in den normalen Sprachgebrauch rübergewandert, sodass man sagt so, ne, aber auch ein bisschen abwertend so, oh, das ist grad total autistisch, was du tust. Was man halt oft so hat, dass man, ne, das hatten wir auch schon häufiger, so eine abwertende Sprache, ableistische Sprache und so. Und ich finde, dass eben genau auf diesen Aspekt oft so angewendet wird, was eigentlich nicht gemacht werden sollte, finde ich. Mhm. Genau. Dann weiterhin zählen dazu hochgradig eingegrenzte, fixierte Interessen, die unnormal im Hinblick auf Intensität oder Thema sind. Unnormal hier im Sinne von statistisch abweichend. Ja. Zum Beispiel starke Bindung an oder Beschäftigung mit ungewöhnlichen Objekten, exzessive, eingeengte oder perseverierende Interessen. Perseverierend heißt, es kreist sich immer, die Gedanken kreisen um diese Interessen herum. Ja. Genau. Und da ist es so, dass das auf jeden Fall funktional ist für die Person, weil diese fixierten Interessen und Beschäftigungen, also Beschäftigungen mit Objekten oder mit Daten, was Beruhigendes haben. Weil Menschen als solche oftmals unvorhersehbar wahrgenommen werden, also unlogisch handelnd auch, Menschen sind halt manchmal ziemlich unlogisch so. Und die Beschäftigung mit Objekten, also Objekte zu ordnen oder beispielsweise Bahnfahrpläne durchzuarbeiten oder Stadtpläne und so, also nicht belebte Objekte, die werden als sehr angenehm und beruhigend erlebt. Und insgesamt kann man auch sagen, sind für Betroffene ausgeprägte Phasen des Alleinseins angenehm und auch erholsam. Mhm. Faszination von Lichtern oder sich bewegenden Objekten. Genau, also das ist halt oftmals so, dass, ja, autistische Personen so eine, ja, Sensibilität für Reize haben, ne? Also eine Reizempfindlichkeit und oftmals auch so ein Reizüberflutungserleben haben. Das nennt sich Overload, also eine kognitive Überlastung aufgrund von Reizüberflutung. Alles wird irgendwie zu viel. Mhm. Und dadurch entsteht so ein Chaos im Kopf durch zu viele Sinneseindrücke, Gedanken und Gefühle. Und um damit umzugehen, entwickeln betroffene Bewältigungsstrategien, zum Beispiel Aufsetzen von Kopfhörern mit Musik, die sie gerne hören oder auch dieses typische Hin- und Herschaukeln. Mhm. Und das ist so eine Art von Selbststimulation, um sozusagen wieder runterzukommen, um mit dieser Reizüberflutung umzugehen. Mhm. Das ist aber nicht immer möglich, ähm, weil zum Beispiel der Kontext das nicht ermöglicht, ne, diese Selbststimulation. Und wenn das nicht möglich ist, dann kann es zu zwei verschiedenen Zuständen kommen. Das eine ist der Meltdown, das heißt so ein Wutausbruch, ein aggressives Verhalten gegen sich selbst und gegen andere, ohne dass derjenige das, die Möglichkeit hat, das zu kontrollieren. Mhm. Also das wirkt von außen dann wie so ein klassischer Tobsuchtsanfall. Das sieht man auch im Film ziemlich gut. Also besonders durch den Valentin, der halt sehr autoaggressiv ist, der ja auch diesen Helm trägt, weil er sich sonst selbst verletzen würde. Genau. Und die andere Möglichkeit ist der Shutdown, das ist ein innerlicher Rückzug oder eine Abschaltung. Also wenn gar kein Rückzug aus der Situation und keine Selbststimulation mehr möglich ist, dann kann es halt zu einem kompletten Rückzug kommen, bei dem die Betroffenen auch nicht mehr ansprechbar sind. Und ich habe gelesen in einem Blog von einer Autistin, die halt das ein bisschen beschrieben hat, wie das so ist, wenn man das hat, dass sich das oftmals so anhört, als wäre das irgendwas total Beruhigendes, so sich so abzuschotten und aus der Situation so rauszugehen. Aber die sagt halt, dass das halt total anstrengend sei und total, ja, energiekostend würde, aus diesem Shutdown auch wieder rauszukommen und sozusagen den Alltag wieder an sich rankommen zu lassen. Also prinzipiell würde ich empfehlen, wenn man sich mit Autismus näher beschäftigen möchte, dass man eben nicht nur Lehrbücher liest, also nicht nur das Wissen sich aneignet, was ich jetzt hier quasi präsentiere, sondern wirklich auch mal Blogs liest von Betroffenen, weil die da natürlich einen ganz anderen Einblick bieten können. Ja, natürlich kann man das ja auch schlecht vorstellen. Also von der Theorie, ich stelle mir da gewisse Dinge vor, aber sich selber, also wie das Gefühl sein muss, das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen. Wie geht es dir bestimmt auch so? Also ich muss sagen, dieses Overload, das hatte ich auch schon mal. Okay. Und das hat aber nicht zu diesen zwei, also es hat jetzt, also ich kann jetzt mal kurz erklären, es war einmal, da war ich im Supermarkt und ich war halt irgendwie schon total nervös, ich weiß nicht mehr warum, das ist auch schon ein Jahr her oder so. Und es war halt Samstag, es ist ein Supermarkt, es waren super viele Leute da, die halt auch dauernd im Gang herumstanden und so. Ja, das Übliche, ja. Und in der Obstabteilung ist man kaum so an die Dinge gekommen, die man haben wollte und es war halt auch super laut und dann hattest du noch diese Durchsagen, die dauernd kamen und so und ich dachte, also ich stand echt so, dass ich dachte, okay, wenn jetzt noch irgendwas hinzukommt, da bist du, da kriegst du einen Nervenzusammenbruch so. Also ich war auf einmal so, ich konnte, das war einfach alles viel zu viel, ich konnte damit überhaupt nicht mehr umgehen und dann musste ich halt erst mal so in die Backwarenabteilung gehen oder so, wo halt niemand war so. Also insofern kann ich das auch in gewisser Weise nachvollziehen, wobei das natürlich hier wahrscheinlich ja viel ausgeprägt dann noch ist und halt auch häufiger vorkommt so, weil eben die Reizschwelle wahrscheinlich ein bisschen woanders liegt als bei Personen, die das nicht haben, die neurotypisch genannt werden. Ja, ich kenne das nur zum Beispiel bei so Lichtempfindlichkeit, manchmal habe ich das so, also dass mir da auch so richtig schlecht wird, wenn sehr viel Licht ist, also auch manchmal so eine Reizüberflutung. Ja, aber ich glaube, das ist nochmal wieder was anderes hier. Das ist wieder was anderes, ja. Also dieses Gefühl, es ist alles gerade viel zu viel, das kenne ich tatsächlich auch, wobei ich das in der Extremform nur das eine Mal hatte zum Glück. Ja, dann haben wir noch das Kriterium C, das ist sozusagen das Zeitkriterium, Symptome müssen seit früher Kindheit vorhanden sein, aber können erst dann offensichtlich werden, wenn soziale Anforderungen die Kompensationsmöglichkeiten überschreiten. Das heißt, es kann auch später noch diagnostiziert werden und die Symptome begrenzen oder beeinträchtigen insgesamt das Alltägliche Funktionieren. Also das ist wieder so ein bisschen, wie wir das auch bei psychischen Krankheiten oft haben, dieses, ja, es muss Leidensdruck da sein, weil wenn quasi dein tägliches Funktionieren nicht eingeschränkt ist, warum solltest du dann die Diagnose bekommen? Dann ist ja auch eine Pathologisierung nicht angezeigt, so. Genau, also soviel erstmal zu den allgemeinen Kriterien der Autismus-Spektrumstörung nach DSM-5. Und was jetzt vielleicht den einen oder anderen wundert, ist, dass Intelligenzminderung kein Diagnose-Kriterium ist. Das ist nämlich etwas, was zusätzlich vergeben werden muss. Intelligenzminderung trifft auf circa 45 bis 50 Prozent der Betroffenen zu, also ungefähr die Hälfte. Und wenn keine Intelligenzminderung vorliegt, dann spricht man auch von High-Functioning-Autism, also hochfunktioneller Autismus. Wobei dann, das habe ich gelesen auf Twitter von einer Person, die auch über ihren Autismus spricht, das habe ich auch im Interview, glaube ich, noch erwähnt, dass sie diesen Begriff hochfunktioneller Autismus auch problematisch findet, weil die anderweitigen Defizite, die bestehen, zum Beispiel im sozialen Bereich, die werden halt dann so ein bisschen negiert. So, nach dem Motto, du bist hochfunktional, also was ist dann das Problem, so. Genau. Und was auch noch wichtig zu sagen ist, besonders bei Vorliegen einer Intelligenzminderung kommt es auch zu aggressiven Verhaltensweisen, wie auch der Autoaggression, also selbstverletzendem Verhalten. Wobei, wie gesagt, hat das für die Person in dem Moment auch eine Funktion, eben weil sie diesen Overload erlebt und dadurch versucht, diesen zu kompensieren. Ja, und dann gibt es eben noch die hochintelligenten Personen mit Autismus, mit Inselbegabungen, die sogenannten Savants, das sind aber Sonderfälle. Also nicht jeder ist so wie der Rain Man. Nee, nee, genau. Genau, das sind halt so diese Autisten, die oftmals auch, ich habe das so, weiß nicht, vor zehn Jahren oder 15 Jahren, da gab es oft so Berichterstattungen über so Savants. Ich kann mich an den einen erinnern, der halt aus dem Kopf so komplette Stadtansichten zeichnen konnte. Ja, genau, das habe ich auch gesehen, also dass jemand mit einem Helikopter über eine Stadt geschoben ist und danach alles aufzeichnen konnte. Ja, das ist halt super beeindruckend und ich finde das immer Wahnsinn, weil das einfach zeigt, wozu unser Gehirn halt auch fähig ist. Ja, ich finde das ziemlich krass. Aber man darf nicht den Fehler begehen und annehmen, dass alle Personen mit Autismus so Inselbegabungen haben. Wird aber oft so gedacht, also, also das dann, also auch hier, ich habe ja davon gesprochen mit der, die Familie, die das autistische Kind hat, was ich da kennengelernt habe. Und die sind auch davon ausgegangen, dass ihr Kind eine Inselbegabung hat. Natürlich ist es oft so, Eltern wollen natürlich, dass das eigene Kind begabt ist und so weiter. Ja, ja. Aber, ja, okay, ich würde jetzt da nicht unbedingt zustimmen, dass da jetzt eine Inselbegabung, also ich kenne das Kind jetzt nicht so gut, aber man darf nicht davon ausgehen, dass dann, wenn das Kind Autismus hat, dann sofort eine Inselbegabung hat. Aber davon sind die irgendwie ausgegangen dann. Ja, das ist auch was, was in der Studie, die ich nachher bespreche, noch angesprochen wurde. Dadurch, dass oftmals falsche Informationen im Internet dargeboten werden über Autismus oder beziehungsweise Informationen, die zu sehr übergeneralisiert werden, dass nämlich das so auf alle Autisten zutrifft, dass das auch zu einer Enttäuschung führen kann. Wenn man dann eine Diagnose bekommt und man merkt, okay, aber das trifft ja gar nicht auf mich zu und ich dachte, dass, oder wenn die Eltern das denken, dass das auch ein Problem ist von der medialen Berichterstattung, die tatsächlich dann so in der Realität auch Auswirkungen haben kann. Ja. Genau. Also soviel erstmal zu den Diagnosekriterien und zur Intelligenzminderung. Dann noch ganz kurz ein paar Informationen, um das einfach nochmal mitzugeben. Zur Komorbidität, das bedeutet ja, welche Störungen treten oftmals zusammen auf? Also zum einen natürlich die Intelligenzminderung, habe ich gerade schon gesagt, aber auch Epilepsie. Bis zu 30 Prozent der Personen mit Autismus haben auch Epilepsie. Okay. Und das bis zu heißt immer je nach Studie. Also die Studien kommen natürlich auch zu unterschiedlichen Prozentzahlen. Die Aufmerksamkeitsdefizitstörungen haben bis zu 44 Prozent. Depressionen, fand ich krass, haben bis zu 70 Prozent. Angststörungen bis zu 56 Prozent und Tickstörungen bis zu 38 Prozent. Also da gibt es wirklich extrem große Überlappungen zu anderen Störungen, die halt hier vorliegen. Und zur Diagnostik, da kann man, wie gesagt, einen komplett eigenen Podcast nochmal darüber machen. Was ich da nur mitgeben möchte, was auch in der Studie nachher noch eine Rolle spielt. Autismus wird von manchen Experten als Modediagnose beschrieben, was unter anderem auch wieder an der medialen Berichterstattung liegt, dass Autismus, also was die Autismus Spektrumstörung besonders macht, ist, dass die Berichterstattung oftmals sehr positiv ist. Also oftmals hat man es ja mit Stigmatisierung zu tun. Das trifft hier tatsächlich weniger zu. Das Bild ist tatsächlich eher positiv, was vermittelt wird. Auch so wie Sheldon Cooper zum Beispiel, wo man halt sagt, okay, der ist ein bisschen schrullig, aber eigentlich ist der auch cool, weil der weiß so viel. Und weil die nun mal diese Inselbegabung dann haben oder so. Genau. Und gewisse Dinge dann sehr gut sind. Genau. Und da sagen Experten, wie gesagt, da komme ich dann gleich noch dazu, dass eben viele Leute vorstellig werden beim Arzt oder beim Psychiater oder wo auch immer und sagen, ja, ich glaube, ich habe Autismus. Das stimmt dann gar nicht. Und das trifft aber häufig einfach nicht zu. Was auch daran liegt, dass im Internet halt wenige Informationen zur Differenzialdiagnostik vorliegen. Differenzialdiagnostik heißt, man muss gucken, wenn so eine Person kommt, ob die Symptome, die beschrieben werden, nicht auch auf eine andere Störung zutreffen. Und hier bei Autismus, vor allem im Erwachsenenalter, müssen halt Persönlichkeitsstörungen, Angst- und Zwangsstörungen sowie das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom ebenfalls als möglicherweise vorliegende Störungen in Betracht gezogen werden. Christiane, was mich ja interessieren würde, weiß man denn eigentlich, wo Autismus so herkommt? Ja, also zur Ideologie habe ich auch ein paar Informationen rausgesucht. Beim Autismus ist es so, dass die genetische Disposition sehr stark ist. Man weiß, dass mehrere miteinander interagierende Gene Autismus begünstigen. Man weiß aber noch nicht genau, welche das sind. Und bis zu 70 bis 90 Prozent, wieder je nach Studie, der autistischen Entwicklung kann durch Gene erklärt werden. Also es gibt auch eine familiäre Häufung. Es ist oft so, dass eineiige Zwillinge dann beide von Autismus betroffen sind, muss aber nicht. Also da gibt es auch wieder epigenetische Prozesse, die das auch wieder vermitteln. Aber man kann prinzipiell von einer starken genetischen Disposition ausgehen. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Autist ein Kind bekommt, also kann das mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso dann Autismus sein? Mit höherer Wahrscheinlichkeit, genau. Man geht dabei aus, dass eine genetische Disposition zur Veränderung in der Gehirnentwicklung führt, die dann die Symptome nach sich zieht. Und man hat da auch schon viele bildgebende Verfahren durchgeführt, wo man geguckt hat, unterscheiden sich die Gehirne von Autisten und nicht Autisten strukturell. Also kann man da wirklich Unterschiede sehen in der Gehirnstruktur, aber auch funktionell. Das heißt, funktionieren die Gehirne anders? Und da konnte man auf beiden Ebenen Veränderungen feststellen. Aber die Unterschiede sind halt so gering, dass man die jetzt nicht zur Diagnostik nutzen kann. Also man kann jetzt zum Beispiel nicht im Gehirn einer Person sich angucken und sagen, okay, hier fehlt dieser Teil, also bist du Autist. Also so einfach ist es dann nicht. Ja, und daneben gibt es noch weitere Risikofaktoren. Zum Beispiel ein höheres Alter des Vaters oder auch bestimmte Infektionskrankheiten der Mutter während der Schwangerschaft wie Röteln, aber nicht. Und ich hoffe, das ist jetzt mittlerweile auch überall angekommen, dass Impfungen zu Autismus führen. Das ist ja dieses Gerücht, was sich immer noch leider hartnäckig hält, dass diese Kombinationsimpfung Masern, Mumps, Röteln, Autismus hervorruft. Das ist nicht der Fall. Das war eine Einzelbehauptung eines Arztes aus dem Jahr 98 auf Basis einer sehr klein angelegten und inzwischen auch widerlegten Studie, mehrmals widerlegten Studie. Und es gibt für diese Behauptung, dass Impfen Autismus hervorruft, keine empirische Evidenz und dem Arzt wurde auch die Zulassung entzogen. Aber es wird ja dann trotzdem gerne geklaut, wenn es einmal ausgesprochen wurde. Ja, dann ist es schwierig, das aus den Köpfen zu kriegen. Und wenn es genau ins Weltbild passt, warum nicht? Das ist auch wieder ein ganz eigenes Thema. Okay, also das sind erstmal die ganz allgemeinen Informationen zum Thema Autismus Spektrumstörung, die ich jetzt aus Lehrbüchern rausgezogen habe. Und um jetzt nochmal einen etwas persönlicheren Einblick zu bekommen, folgt jetzt das Interview mit Paula. Und wir hören uns dann hinterher wieder. Hallo Paula, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast, um mit mir ein wenig über Autismus zu sprechen. Und du bist ja in der Podcast-Welt auch gar nicht unbekannt, daher zuerst die Frage, wer bist du und woher könnte man dich kennen? Ja, ich bin Paula. Ja, woher könnte man mich kennen? Und einerseits der Podcast Autistische Wahrnehmung, da rede ich selber über meinen Autismus. Da fehlt noch die Folge, wo ich denn mal sage, dass ich Paula bin. Da kommt noch hauptsächlich der alte Name vor. Ich weiß seit September, dass ich nicht nur Autistin bin, sondern auch trans. Trans, deswegen auch die tiefe Stimme. Ja, muss man ja im Podcast immer erklären, das ist ja nicht offensichtlich. Und genau, ansonsten mache ich noch den Hör doch mal zu Podcast mit Frank, der regelmäßig erscheint. Genau, und dann habe ich noch so ein paar andere Podcasts, die eher schlafen und ab und zu mal wach werden. Also auch viel Beschäftigte in der Podcast-Welt. Ich kann da auch ein Lied drüber singen. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du dich entschlossen hast, das Leben mit Autismus in einem Podcast zu thematisieren? Das kam mehr oder weniger zufällig. Also ich habe noch einen anderen Podcast, die Wasserstandsmeldung. Und in diesem Podcast habe ich halt viel über Autismus gesprochen. Und die Abrufzahlen für die Sendung mit Autismus waren immer relativ hoch. Und dann habe ich halt gesagt, naja, dann muss das jetzt hier irgendwie mal SEO-mäßig irgendwie ein bisschen besser werden. Weil irgendwie, ja, fairsein.org ist die Domain, Wasserstandsmeldung irgendwie der Name des Podcasts. Und ich rede über Autismus, das ist so, das ist so, man findet das halt nicht. Und dann, ja, habe ich den lieben Malik gefragt irgendwie. Und dann, ja, Intro gebaut, Outro gebaut, Logo gebaut. Und ja, seitdem gab es dann die autistischen Wahrnehmungen. Cool, ich habe da auch schon ein paar Mal reingehört und bin da echt begeistert, weil das finde ich halt auch so super, dass man Informationen bekommt, eben abseits von diesen, okay, was gibt es für diagnostische Kriterien, bla bla, welche verschiedenen Unterformen gibt es oder auch nicht, sondern wirklich mal so einen Einblick in die Welt bekommt. Und das finde ich total wertvoll. Und das ist eigentlich so, also da ist auch, finde ich, das Medium Podcast auch genau das Richtige. Ja, ja. Genau, bei uns im Podcast, also wir sind ja ein Filmpodcast, deswegen beschäftigen wir uns viel mit Filmen und gucken dann aus einer psychologischen Perspektive drauf, wie viel da so drinsteckt und welche Themen da verhandelt werden und so. Und in unserem Podcast geht es auch oft um die Frage, wie Störungsbilder porträtiert werden. Und kannst du da sagen, wie dein Eindruck ist bezüglich der Autismus-Spektrum-Störung? Ja, immer sehr klischeehaft, immer sehr überzeichnet. Also in dem Film habe ich jetzt die, also in dem Film, ihr macht das ja in diesem französischen Film fest, den habe ich jetzt selber nur in Ausschnitten gesehen, in Trailern. Da werden jetzt auch eher so die Autistinnen gezeigt, die eher mehr betroffen sind. Es gibt dann, also es gibt immer so zwei Klischeebilder, die halt oft gezeigt werden, also entweder die total intelligente, aber etwas sozial unkonventionelle Autistin oder halt der ganz arme, nix-könnende Autist und alles andere kommt irgendwie gar nicht vor. Und selbstständig leben können die in der Regel auch nicht, weil wo kommen wir denn dahin? Und es ist relativ schwierig. Hm. Ja, genau. Das ist auch ein bisschen so der Konsens, den ich so mitbekommen habe. Ich habe mich da auch ein bisschen belesen darüber, wie PsychologInnen das sehen und so weiter. Und da wird eben auch immer ganz oft gesagt, dass das irgendwie so Stereotype-Bilder sind, die dort vermittelt werden. Und dass dadurch eben dann auch häufig irgendwie ein falscher Eindruck entsteht. Genau. Naja, das ist, manchmal ist es dann aber auch so, dass die, das ist oft da dann auch der Kritikpunkt, ja, die sind ja viel zu selbstständig oder, oder, oder ist es, da kommen dann manchmal auch so Sachen. Also ich meine, ich meine, ich liebe halt irgendwie völlig selbstständig. Ich habe im Moment keinerlei Unterstützungsmaßnahmen jetzt groß. Also klar, ich gehe zu meinem Psychiater, weil ich halt Medizin nehme oder so. Aber sonst, also ich führe ein selbstständiges Leben im Moment und das, oder habe das lange Zeit jetzt geführt. Und ja. Du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, aber nochmal konkret die Frage, um dann noch ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Gibt es deiner Meinung nach Fehlannahmen oder Mythen, auf die man in der medialen Berichterstattung zum Thema Autismus immer wieder stößt? Und wenn ja, welche wären das? Also ich meine, der klassische Mythos ist Wayman, weil Wayman war kein Autist, sondern ein Savant. Und da wird dann halt gesagt so, ja, Autisten, das sind ja irgendwie die, die Juba-Genies, die alles können und, äh, die irgendwie, ja, was halt totaler Quatsch ist. Und, äh, auf der anderen Seite, das andere Klischee, was halt, ja, äh, Autisten, das sind die Leute, die irgendwie, äh, sabbernd und wippend in der Ecke sitzen und irgendwie gar nichts können, so. Und dazwischen ist halt ganz viel Grau und ganz viel Wahrheit, aber diese Wahrheit, die wird halt immer irgendwie nie wahrgenommen, sondern immer nur diese totalen Klischee-Bilder. Hm, hm. Wahrscheinlich, weil diese Klischee-Bilder auch irgendwie sich ganz gut in Filme einfügen lassen, ne? Also ich meine, Filme dienen ja immer noch irgendwie der Unterhaltung und wahrscheinlich ist es dann aus Sicht der FilmemacherInnen auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht, also da sind ja auch immer finanzielle Interessen im Hintergrund, dass sowas vielleicht das Publikum eher anzieht, als wenn man jetzt wirklich mal jemanden zeigt, der im Alltag gut klarkommt, so. Aber okay, das ist, das ist nur Spekulation. Ähm. Es gibt immer mehr Dokumentationen, die das teilweise relativ gut rüberbringen, muss man dazu sagen. Hm, okay. Okay. Gibt es in deiner Meinung nach Personen auf dem Autismus-Spektrum in Filmen oder Serien, die für dich eher lebensnah sind, vielleicht sogar positive Identifikationsfiguren oder Vorbilder? Und wenn ja, welche wären das? Äh, ich selber gucke kaum Filme und so, deswegen kann ich da zu wenig sagen, aber was, ähm, viel immer berichtet wird, ist die Person Sheldon Cooper. Hm. Äh, die wird oft gesagt, dass das wohl eine, ich hab sie selber nie mir angeguckt, aber viele sagen, dass das eine ganz gute Abbildung von einem Autisten sei, obwohl es in der Serie nicht gesagt wird und ich glaube, das sagt schon alles darüber, dass es nicht sein muss. Ja, das stimmt. Äh, kleiner Hintergrund dazu, äh, der Darsteller ist wohl Autist. Ah ja, okay. Und deswegen kommt er so rüber. Ah, das wusste ich noch gar nicht, ist ja interessant. Okay. Ja, wurde mir mal, äh, kolportiert, ich hoffe, das stimmt. Hm. Ansonsten kann man sich ja in den Kommentaren darüber auslassen, dass es Quatsch ist, weil ich erzähle. Genau, sowieso immer Kommentare schreiben, da freuen wir uns ganz besonders. Gibt's denn irgendwas, was du dir für die zukünftige Darstellung von Autismus-Spektrum-Störungen in Filmen oder Serien wünschen würdest? Ja, halt wirklich weniger Klischee und mehr Realismus und halt auch mal gucken, wie, 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 äh, das realitätsnah abbilden. Also, das ist natürlich immer ein bisschen, ja, vielleicht auch nicht, nicht so effekthascherisch, aber das, äh, ja, das würde halt ein besseres Bild, äh, für Autisten zeichnen. Weil, ich glaube, und das, das hat jeder Autist oder jede Autistin, äh, äh, schon mal, äh, erlebt, ähm, dass ganz oft so dieses kommt so, wie, du bist Autist, du bist Autistin, hätte ich mir jetzt aber ganz anders vorgestellt. Oder hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das, das kriege ich so häufig zu hören. Und da sieht man, dass halt diese Klischees, äh, völlig, äh, daneben sind. Mhm. Mir ist jetzt gerade noch eine Frage eingefallen, die nicht auf unserem Plan steht. Ich frage die jetzt trotzdem mal. Ähm, also, das klang jetzt auch schon so ein bisschen raus bei, als du über Sheldon gesprochen hast und über den Darsteller dieser Figur, dass der, äh, wohl selber Autist ist. Ob das jetzt stimmt, lasse ich jetzt mal einfach außen vor. Aber würdest du das begrüßen? Oder, ja, das ist auch wieder blöd gefragt, weil ich, ich glaube, ich kann die Antwort schon antizipieren. Aber, ähm, ha, wie frage ich das jetzt am besten? Oder ich frage mal ganz offen, was, was hältst du davon, wenn, wenn autistische Personen auch wirklich von autistischen Personen gespielt werden? Also, wäre das was, was du begrüßen würdest? Ja, natürlich. Also, ich meine, äh, ich meine, das, 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 das fordern wir ja auf allen Ebenen, ne? Also, wir haben ja aufgehört irgendwie, ne? Also, ganz früher haben wir mal irgendwie auch, äh, Frauenrollen von Männern spielen lassen. Dann haben wir irgendwie Blackfacing gemacht und irgendwie Schwarze von Weißen spielen lassen. Und bei, bei bestimmten Bevölkerungsgruppen trauen wir uns das halt immer noch so. Ja, ja. Also, sei es jetzt Autistinnen, sei es Transpersonen, da ist es auch noch ganz oft so, dass da dann doch Cis-Personen, äh, die Rollen ausfüllen. Mhm. Und das ist halt immer schwierig. Mhm. Ja, da vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis zu dem Film, den wir jetzt besprechen in der Folge, den du nicht gesehen hast. Da ist es tatsächlich so, dass auch autistische Personen die autistischen Personen gespielt haben. Also, das ist so. Das ist gut. Genau, das ist so ein Punkt, der mir auch wirklich positiv aufgefallen ist, ja. Das französische Film hätte mich gewundert, wenn es nicht so wäre. Ja. Ich hätte noch ein paar eher allgemeinere Fragen zum Autismus-Spektrum. Und zwar, die erste wäre, da haben wir uns gerade auch schon ein bisschen darüber unterhalten, ich stelle es jetzt einfach mal so, wie ich sie hier aufgeschrieben habe. Und zwar, in der ICD-11 werden die Einzeldiagnosen zugunsten einer einzigen Diagnose namens Autismus-Spektrum-Störung aufgegeben. Kannst du uns erklären, was damit auf sich hat und welche Gründe und Konsequenzen das hat? Ja, was hat es damit auf sich? Im Moment haben wir im Prinzip drei verschiedene Diagnosen, drei große Diagnosen. Den Asperger-Autismus, den Kanner-Autismus und den atypischen Autismus. Ich nenne die einfach nochmal, damit man auch irgendwie die Namen mal gehört hat. Kanner-Autismus ist der frühkindliche Autismus und Asperger-Autismus ist der sogenannte hochfunktionale Autismus, laut ICD-10. Damit man die Begriffe alle mal gehört hat und weiß so, ja, Asperger ist auch Autismus-Spektrum. Weil es gibt viele Leute, die sagen so, ja, ich habe ja Asperger, das ist ja nicht das gleiche wie Autismus. Doch, das ist das gleiche. Ja, fällt mir immer wieder auf, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gibt. Und ja, im ICD-11 gibt es nur noch eine große Autismus-Spektrum-Störungsdiagnose, die aber mit verschiedenen Sachen denn noch angereichert werden kann. Also jetzt endlich wird da dann immer unterschieden, ob es eine kognitive Störung, nee, eine mit oder ohne Störung der kognitiven Entwicklung gibt. Und dann wird noch entschieden bei der Sprache. Also es gibt eine Beeinträchtigung in der funktionalen Sprache. Und dadurch entgeben sich, ich glaube, dann sechs verschiedene Diagnosen. Also es ist nicht so, dass jetzt alles irgendwie eins ist und alles gleich ist, sondern wir haben halt im ICD-11 eine Entwicklung, wo wir halt sehr gucken, eine Diagnose, die halt sehr nah an der Person dran ist. Und das finde ich gar nicht schlecht. Der ICD-11 ist da ganz gut. Mal gucken, wann er in Deutschland denn wirklich eingeführt wird. Irgendwie 20, 21, 20, 22 habe ich letztens irgendwie gehört. Das dauert noch ein bisschen. Ja, das stimmt. Da ist Deutschland ja immer ein bisschen hinterher, bis das ICD, was in Amerika dann schon gilt, hier auch ankommt. Ja, Vorsicht, Vorsicht, das ICD gilt nicht in Amerika. Nee, stimmt, das DSM. Im DSM-5 ist das schon längst drin. Ja, genau. Genau, das ICD ist von der WHO und das ICD-11 ist auch in der WHO noch nicht. Also das ist jetzt gerade so durch in der WHO oder noch nicht ganz. Also der Vorwurf, dass das ICD-11 nicht eingeführt wird, ist, da ist ausnahmsweise mal nicht Deutschland. Okay. Genau. Weißt du, was die Gründe dahinter sind oder welche Gründe vermutest du dafür, dass das jetzt so abgeändert wurde? Also ist es so ein bisschen, dass man gesagt hat, okay, diese drei Einzeldiagnosen, die muss man irgendwie zusammenfassen, weil es irgendwie doch letztlich denselben Kern hat oder? Ja, definitiv, weil das Ding ist halt im ICD, diese Unterscheidung zwischen Kanner- und Asperger-Autismus und atypischer Autismus wird halt wirklich nur anhand der Sprachentwicklung gemacht und das ist halt alles mehr oder weniger. Es ist halt ein Autismus-Spektrum und diese Diagnosen, die, ja, das macht definitiv Sinn, das zusammenzufassen, weil es ist wirklich ein Spektrum, wo die alle drauf sind und die verstehen sich auch alle untereinander und so. Mhm, okay. Dann hätte ich noch ein paar persönlichere Fragen und zwar die erste wäre, wie kam es denn zu deiner Diagnose? Also wie alt warst du da und welche Aspekte haben dazu geführt, dass du oder deine Eltern mit dir zusammen beim Arzt vorstellig wurden? Also ich war da, Überraschung, 27. Hm, okay. Also meine Eltern hatten da, ja, haben mich dabei unterstützt, aber jetzt endlich kam das von mir, also ich hatte schon eine Verdachtsdiagnose, die habe ich mit 20 bekommen und mit 27 hatte ich dann das erste Mal einen Meltdown, wo auch eine Autistin dabei war. Ich habe das vorher immer nur Weinkrämpfe genannt und wusste nicht, dass andere Leute sowas auch haben und dass das was mit Autismus zu tun haben könnte und das hatte ich auf dem Kongress und dann hat die das erste Mal, ja, auf einmal richtig reagiert und wusste ganz genau, was zu tun ist und ich so, hä, woher weiß sie, was gerade mit mir los ist? Und ja, eine Stunde später meinte dann ihr Freund zu mir so, übrigens, so reagieren viele Autisten, wenn sie irgendwie zu viel haben und dann wusste ich, ja, das sieht so aus und dann war ich erst bei meiner damaligen behandelnden Psychiaterin, die mir einfach nur den Satz an den Kopf geknallt hat, ja, nee, also sie sind kein Autist, die sehen alle anders aus. Okay. Ja, aber die Frage muss man sich stellen, ne, TikTok versucht ja jetzt auch schon wieder Autisten am Aussehen zu erkennen, das geht halt nicht. Ich finde das, ja, ja, finde ich sehr merkwürdig, also Autisten kann man halt nicht am Aussehen und schon gar nicht irgendwie in drei Flames erkennen, aber TikTok behauptet, das sei möglich, ich finde das sehr merkwürdig. Kannst du nochmal ganz kurz erläutern, was ein Meltdown ist und wie man am besten darauf reagieren sollte? Ähm, was ist ein Meltdown, ein Meltdown ist im Prinzip, das sieht von außen aus wie ein, äh, Wutausbruch, also ich heule, man ist auch, äh, autoaggressiv gegen sich selber in dem, in dem, also bei mir zumindest, also ich bin dann auch so, dass ich versuche halt mich einzukriegen mit dem Kopf, teilweise auch dann halt, äh, 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 versuche mich halt, äh, 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 zu stimulieren, halt durch Kopf gegen die Wand, anschlagen, das klingt halt sehr brutal, aber, ähm, ähm, im Prinzip versuchen da nicht gucken und versuchen, dass keiner guckt und möglichst, äh, Abstand halten und, äh, am besten nicht irgendwie das tun, was man, äh, normalerweise tut, also hingehen und streicheln oder anfassen, weil, äh, 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 das, äh, erstens, das sind noch mehr Reize, zweitens, es kann passieren, dass du eine gewischt bekommst, weil der Autist oder die Autistin in, in der Situation sich überhaupt nicht in Kontrolle hat. Mhm. Und insofern, äh, am besten immer, ja, gucken, dass das, äh, dass man, dass die Leute nicht gucken und dass halt irgendwie, wenn da irgendwie eine Vertrauensperson in der Nähe ist, dass die dann, äh, informiert wird, wenn man das weiß oder so. Mhm. Okay. Weil die weiß dann, weil die weiß dann auch, was zu tun ist. Ja. Und, ähm, die macht dann auch Sachen, die andere nicht machen sollten, weil die weiß halt auch ganz genau, okay, wenn ich mich jetzt da vorstelle, dann kriege ich halt den Kopf voll im Bauch gerammt. Aber die weiß das auch im Gegensatz zu der Person, die das vielleicht nicht weiß. Mhm. Mhm. Okay. Ja. Und viele Personen berichten, dass sie mit dem Vorliegen einer Diagnose, die jetzt, äh, das subjektive Erleben und Empfinden betrifft, also eben besonders im Bereich auch psychischer Störung, dass endlich irgendwie alles Sinn ergibt. War das bei dir auch so, als du die Diagnose bekommen hast? Ja, ja, jein, also im Moment so ein bisschen jein, aber eigentlich schon. Also, das hat schon viele Fragen beantwortet. Nicht alle, wie ich jetzt irgendwie im September festgestellt habe, aber viele Fragen hat das schon beantwortet. Also, ich dachte erst mal so, ja, jetzt habe ich endlich rausgefunden, was mit mir alles falsch, äh, ja, anders ist, nicht falsch, anders. Mhm. 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 Und dass da noch viel mehr hinter steckt, das kam dann später. Mhm. Was hat sich denn seit der Diagnose für dich persönlich geändert? Gab's da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie, ähm, anders oder besser als im Vergleich zu der Zeit, wo ich die Diagnose noch nicht hatte? Boah, eigentlich alles. Also, ich, äh, ich konnte halt viel besser erklären, äh, warum ich, äh, gewisse Dinge anders wahrnehme. Also, ich konnte halt sagen, äh, ich hab mich halt viel mehr verstanden. Also, ich konnte halt sagen, ja, ich verstehe halt nonverbale Kommunikation nicht. Äh, ja, ich bin halt besonders, ich kann halt, äh, ja, ich hab halt eine Reizüberflutung. Ja, ich, äh, ich, äh, nehme viel mehr Dinge wahr als andere. Also, früher hab ich das alles für normal gehalten und dachte immer so, wie, wie halten die anderen Leute das aus? Und wenn man dann irgendwann feststellt, okay, diese ganze Reizüberflutung, die haben die anderen Leute gar nicht, äh, dann geht man damit halt auch anders um und merkt halt auch, dass das, ja, ein, ja, anderes Bewusstsein dafür da ist, dass man halt auch, ja, wie soll ich sagen, ja, genau. Hm, also, dass, ähm, vielleicht sozusagen sowohl die Reaktion andere, von anderen Leuten auf dich sich wahrscheinlich verbessert hat, weil sie das irgendwie besser einordnen konnten, aber andersrum wahrscheinlich genauso, oder? Also, das, so hat sich das für mich gerade angehört, dass du sozusagen, ähm, das Verhalten und Erleben von, von neurotypischen Leuten halt auch vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kannst, oder? Auf jeden Fall, ja, genau. Ich hab halt festgestellt, dass es da Unterschiede gibt und dadurch, genau. Ja, okay. Ähm, gibt es denn Aspekte am Autismus, die du gern loswerden würdest, wenn es ganz einfach ginge? Nee. Okay. Tatsächlich nicht, weil die gehören halt alle irgendwie zu mir und, ja, ja, vielleicht die Meltdowns, aber die gehören halt irgendwie auch dazu, also, ja, die Meltdowns stören, aber das, die gehen halt auch nicht weg, also, das ist halt, ich meine, man sagt ja auch nicht Mensch mit Autismus, sondern Autist oder Autistin, weil das irgendwie, äh, ja, so prägend auch ist. Mhm. Ja, und nee, ich, ich, nee, das gehört halt zu mir. Und das gehört auch alles zu mir und es ist auch gut so, dass das alles, äh, nee, nee. Okay. Ich hab auch eine Weile nachgedacht über die Frage und da ist mir nichts eingefallen. Ja, die Meltdowns nerven und ja, die Reizüberflutung nervt und ja, wär cool, wenn man das irgendwie alles irgendwie einschränken könnte, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, ja, irgendwie mit einer Pille weggeht oder so, weil dann bin ich ja ein anderer Mensch und das, Ja, will ich ja auch nicht. Ja, ja, okay. Dann, äh, positiv gefragt, welche Aspekte am Autismus schätzt du denn? Dass ich, dass ich, ähm, sehr direkt bin. Äh, 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 dass ich halt klar raus sagen kann, äh, was Sache ist und ja, den Leuten auch sagen kann, hey, ich, ich bin direkt, äh, nimmst du mich übel, aber ich sag halt klar, was ich denke und ja. Ja, das, das, das tut halt manchmal auch dem Gegenüber weh oder, ja, aber das, ja, das, das ist, glaube ich, was, ja. Aber ich meine, wenn das Gegenüber darüber Bescheid weiß, dann kann es das ja auch wieder einordnen, insofern, ähm, ja. Ja, das ist so ein bisschen so dieses, äh, man muss es, also ich merke immer, dass die Leute, dass die Leute das erleben müssen, also dieses, äh, ja, ja, ich verstehe, also die ersten Male sagen die immer, ja, 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 kein Problem, komme ich mit klar und wenn sie das denn wirklich mal erleben, denn danach verstehen sie, was ich meine. Also, das ist immer so, ja, äh, die, zuerst sagen die Leute mal so, ja, 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 kein Problem und wenn man denn irgendwie mal irgendein Projekt, äh, mit denen gemacht hat und die wirklich verstehen, was ich meine mit diesen, äh, ich meine, äh, ich bin direkt und sag ehrlich, was ich denke, danach wissen die Leute denn halt irgendwie wirklich, wie ich das meine. Mhm, mhm, okay, verstehe, ja. Ähm, unsere HörerInnen, also unseres Podcasts sind, glaube ich, sehr divers, also wir haben viele Leute, die, einfach gerne Kinofilme gucken und darüber irgendwelche weiteren Informationen haben möchten, aber auch viele, die beispielsweise Psychologie studieren und wirklich großes Interesse an solchen Themen haben. Gibt es denn etwas, was du unseren HörerInnen gern mit auf den Weg geben würdest? Ähm, ja, gerade an die Psychologie, äh, StudentInnen, äh, beschäftigt euch mit Autismus und wenn, äh, weil gerade auch im Studium, weil das ist, ähm, äh, es gibt nichts Schlimmeres als, äh, PsychologInnen oder Psychiater, innen, die keine Ahnung von Autismus haben und dir denn irgendeinen Scheiß erzählen. Ja. Und es gibt da viel mehr AutistInnen draußen, als ihr denkt. Hm, okay, gut. Die meisten davon übrigens ohne Diagnose und zwar in alten Alterschichten. Ja, ja, äh, da will ich auch nochmal ganz kurz, also ist auch wieder keine Frage, die ich aufgeschrieben habe, aber weil ich das, äh, auch total interessant fand, ähm, die Diagnose gibt es ja tatsächlich noch gar nicht lange, ne? Und, ähm, was ich auch gelesen habe, ist, dass viele erwachsene AutistInnen, ja, eben diese Diagnose gar nicht haben, weil, ähm, gerade dieser frühkindliche Autismus, da wird ja auch geguckt, also, ne, das muss ja sozusagen in den ersten Lebensjahren schon da gewesen sein. Und dass eben erwachsene AutistInnen, die eigentlich da reinfallen würden, eben diese Diagnose nicht bekommen haben, weil es in der Kindheit noch gar nicht, äh, als Diagnose existent war. Ja, ich glaube, ich glaube, dass es bei den erwachsenen Autisten eher um die Asperger-Autisten geht. Aha, okay. Die frühkindlichen Autisten, die wurden schon größtenteils auch früher schon diagnostiziert, also die, die dunkelste war es eher bei den Asperger-Autisten zu sehen, weil die besser kompensieren können. Also, wirklich krasse frühkindliche Kanar-Autisten, die, äh, die hat man denn meistens schon früher, ähm, ja, ähm, sag ich mal, weil da denn auch wirklich die Sprache teilweise eingeschränkt ist und, und, und. Ja, okay, ja. Also, da, also, ich, ich hab auch schon mit Kanar-Autisten zu tun gehabt, äh, die, ähm, ja, haben's, also ich sag immer so diese, man sagt ja immer so, die, das ist nicht, äh, man sagt immer manchmal so, äh, Asperger-Autismus sei die milde Form, das ist halt Bullshit, weil ich finde so ein, ein Kanar-Autist, dem man das halt ansieht, äh, wo man halt merkt, okay, der ist besonders und zwar sofort, das ist halt viel, der hat's halt teilweise einfacher als ein Asperger-Autist, der erstmal wie ein in Tegel lesen wird. Mhm. Na, also, ich bin halt komplett unsichtbar, was meine Behinderung angeht. Mhm, mhm, ja, verstehe. Ich hab auch bei einer Autistin, die auf Twitter aktiv ist, gelesen, dass sie auch so ein bisschen sich an diesem Begriff High-Functioning reibt, weil das irgendwie impliziert, dass sozusagen alles gut wäre. Also, dass, äh, ne, die Person halt eben hochfunktional ist, was sie natürlich in gewissen Bereichen auch ist, aber was eben so, ja, Defizite, die im sozialen Bereich zum Beispiel da sind, halt so ein bisschen ignoriert werden. Ist das auch was, wo du mitgehen würdest, oder hat der Begriff für dich, äh, so, so gar keine negative Konnotation? Weiß ich nicht. Jetzt endlich ist es so, dass hochintelligente Menschen, also Leute, die jetzt hochintelligent sind, da sagt man ja auch, denen sagt man ja auch immer nach, dass die im sozialen Bereich eher Probleme haben, weil das, das denn sozusagen, also, weiß ich nicht, ne, wenn's mir zu gut geht, dann geht's mir ja auch nicht gut, also, so sehe ich diesen Begriff so ein bisschen, ne, also in der Mandi geht's mir halt nicht gut, sondern zu gut und High-Functioning sagt halt, ich bin, äh, ich funktioniere halt, äh, ja, zu gut und klar hat das auch Probleme. Mhm. Also. Ja. Aber da, 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 da fragst du fünf Autisten und kriegst zehn Meinungen. Ja, ja, das glaube ich, ja. Das ist ja auch genau das Ding, dass es eben so ein, so ein breit gefächertes Spektrum ist, ne, deswegen heißt es ja auch so. Ja. Ja, vielen Dank, Paula, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast und uns wirklich total coole Einblicke gegeben hast und, äh, alle HörerInnen, die noch mehr von dir hören möchten und eben besonders sich auch über Autismus weiterbilden möchten, denen möchte ich gern nochmal deinen Podcast, ähm, Autistische Wahrnehmung ans Herz legen. Genau. Genau. Ja, vielen Dank, dann, äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja, danke. Schön, dass du bei uns warst. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, Julius, was hältst du denn von diesem Interview? Ja, sehr interessant. Ja, ich finde es ja auch sehr wichtig, dass wir eine Person hier zu Wort kommen lassen, ähm, die auch selber davon betroffen ist. Und das ist ja auch immer interessant, wirklich dann aus, aus einer persönlichen Sicht sowas auch mal zu hören. Ja, also das ist einem sonst ja gar nicht so bewusst, weil du hast ja davor sehr viel, ähm, ne, Theorie und so weiter, ähm, uns nähergebracht, aber dann nochmal von der Betroffenen das selbst zu hören, das ist dann nochmal was ganz anderes. Und, ähm, ja, fand ich sehr interessant und ich werde auch gern mal in den Podcast reinhören, weil sie ist ja auch selber Podcasterin. Genau, dadurch hat sich das natürlich, äh, ja, sehr natürlich ergeben. Genau. Dass das hier auch, äh, technisch sozusagen alles total gut möglich war. Ja, genau, ähm, jetzt habe ich zum Schluss noch eine Studie mitgebracht und, ähm, die werde ich jetzt ein bisschen schneller abhandeln als sonst die Studien, weil durch das Interview sowieso die Folge schon relativ lang geworden ist. Und diese Studie heißt, Jyldis, halte ich fest, es ist eine deutschsprachige Studie. Was? Segen oder Fluch, das Internet als Informationsquelle über Autismus und Asperger-Syndrom. Mhm. Von Inge Kamm-Becker und Kolleginnen aus der Philipp-Universität in Marburg. Und die Inge Kamm-Becker, die, ähm, ist eine Autismus-Expertin, wie mir scheint, also sie hat da schon sehr viel publiziert in dem Bereich und die wird auch als Expertin angefragt von Medien zum Beispiel. Die hat sich zum Beispiel auch, äh, mit dem Deutschlandfunk unterhalten zu diesem neuen Film, ähm, den wir besprochen haben und das fand ich tatsächlich ein bisschen, ähm, merkwürdig, weil ich glaube, sie hat den Film gar nicht gesehen, als dieses Interview geführt wurde und das Interview, ja, zur Berichterstattung zu diesem Film halt rausgebracht wurde vom Deutschlandfunk. Mhm. Und sie sagt eben im Grunde genau das Gleiche, was wir auch gesagt haben, dass eben oftmals diese Stereotype-Darstellung vor, ja, vorrangig ist in der medialen Darstellung. Mhm. Und ich glaube, wenn sie den Film sehen würde, könnte ich mir vorstellen, würde sie das halt auch nochmal ein bisschen anders sehen. Also, nur so, dachte ich mir so. Ich kann das Interview auch gerne nochmal verlinken. Mhm. Genau. Und in dieser Studie geht es auf jeden Fall um die Forschungsfrage, wie korrekt und vollständig die Informationen sind, die man im Internet über die Autismus-Spektrum-Störung erhält. Ähm, sie erklären dabei das Problem an der Sache, ähm, was man kennt aus Studien im Bereich Mensch-Computer-Interaktion, nämlich, wenn man die Seriosität und Glaubwürdigkeit einer Webseite beurteilt, Mhm. Dann zählt dabei in erster Linie Design und Nutzerfreundlichkeit und erst dann inhaltliche Aspekte. Das heißt, mit anderen Worten, wenn die Inhalte beispielsweise so aussehen, als würden sie aus einer seriösen Quelle wie der Wikipedia stammen, dann werden die automatisch als glaubwürdiger eingeschätzt, egal was darauf erstmal steht, so. Mhm. Also das ist was, was man wirklich sehr oft schon gefunden hat, ähm, beispielsweise habe ich da auch auf einem Kongress mal, ähm, ja, Studienergebnisse vermittelt bekommen, wo es darum ging, dass auch falsche Aussagen, also Fake News, als glaubwürdiger eingeschätzt werden, unabhängig vom Inhalt, wenn es einfach seriös präsentiert wird. Und deswegen liegt da halt echt ein großes Risiko. Ein Negativbeispiel ist dabei die Seite Zentrum der Gesundheit, kennst du die zufällig? Ähm, das ist eine Seite, die hat ein sehr seriöses Aussehen. Es ist sehr übersichtlich, sehr benutzerfreundlich, aber inhaltlich halt unseriös, bis hin zur Verbreitung pseudomedizinischer Meinungen und Verschwörungstheorien. Mhm. Also da findest du halt auch viele Informationen zum Thema Impfen löst Autismus aus. Mhm. Und das Ding ist halt, wenn du nach irgendeinem Gesundheitsthema suchst bei Google, kommt diese Seite halt sehr hoch gerankt so. Mhm. Und, ähm, genau, wenn ihr irgendwie mal Informationen findet von Zentrum der Gesundheit, dann sucht euch lieber nochmal eine andere Seite. Ich hab's mir jetzt auch mal aufgerufen und das sieht schon sehr professionell aus, ja. Ja. Werd ich auch als seriös einschätzt. Mhm, genau. Das ist das Problem an der Sache und, ja, wie haben die das jetzt gemacht in der Studie? Die haben 100 deutschsprachige Internetseiten ausgewertet. Ähm, die haben einfach Google genutzt und die ersten 50 angezeigten Internetseiten zu den Begriffen Autismus und Asperger analysiert. Und außer dem Ausschluss von Doppelnennungen, also es, ne, kann ja eine Seite mal bei der einen oder anderen Suche doppelt auftauchen, hatten die jetzt keine weiteren Ausschlusskriterien, um eben ein möglichst naturalistisches Vorgehen zu gewährleisten. Ne, also einfach, die wollten einfach simulieren, was taucht auf, wenn ich zu Hause nach Autismus google. So. Äh, es wurden Qualitätsscores vergeben für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Benutzerfreundlichkeit. So. Und wie waren jetzt die Ergebnisse? Nach Ausschluss der Doppelungen waren es 96 Websites, die da beurteilt wurden. Am häufigsten waren da bei Internetseiten von Verlagen, Magazinen oder Zeitschriften, zum Beispiel sowas wie welt.de. Dann Seiten von Vereinen, die sich eben mit Autismus beschäftigen. Dann Gesundheitsportale, wie sowas wie Zentrum der Gesundheit. Dann Lexika und Selbstberichte. Ähm, also sowas wie persönliche Blogs von Betroffenen und Selbsthilfevereinen. Genau. Und bezüglich der Qualitätsmerkmale wurde festgestellt, dass nur bei 39 Prozent wissenschaftliche Quellen angegeben wurden. Ähm, 38 von den 96 Webseiten enthielten unter 20 Prozent korrekter Informationen. Nur 13 Internetseiten enthielten über 80 Prozent korrekte Informationen. Und falsche Informationen bestanden besonders im Bereich der Behandlung von Autismus-Spektrum-Störungen. Fehlende Informationen gab es besonders häufig im Bereich der Differenzialdiagnostik. Also, dass eben nicht aufgeführt wurde, welche Störungen auch Autismus sein könnten, wenn jemand vorstellig wird. Und bei 45 Prozent der Internetseiten wurden überhaupt keine Angaben zur Aktualität der Informationen gemacht. Bezüglich der Benutzerfreundlichkeit der Webseiten gab sich ein sehr variables Bild. Ungefähr jeweils ein Drittel wurde als sehr benutzerfreundlich, neutral oder weniger benutzerfreundlich eingeschätzt. Insgesamt haben die dann noch so einen Allgemeinqualitätsscore vergeben und 71 Prozent der Webseiten erhielten einen Qualitätsscore von mangelhaft oder ungenügend und nur sechs Prozent erhielten den bestmöglichen Score. Also, ein eher erschütterndes Bild, würde ich mal behaupten. In der Diskussion gehen Sie jetzt noch ein bisschen genauer auf die Ergebnisse ein. Sie sagen, relativ wenige falsche Informationen werden vermittelt. Also, das ist positiv anzunehmen. Also, es gab halt auf verschiedenen Webseiten immer wieder die gleichen falschen Informationen. Aber es waren halt falsche Informationen, die zu schwerwiegenden Konsequenzen für den Einzelnen führen können. Also, eben beispielsweise der Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus. Und besonders riskant ist das eben in Verbindung mit einem ansprechenden Design der Website. Außerdem gab es viele fehlende Informationen bezüglich Differenzialdiagnostik. Also, zu welchen anderen Diagnosen muss man die Autismus-Spektrumstörung abgrenzen? Zu welchen gibt es Überschneidungen hinsichtlich der Symptomatik? Und da sagen Sie, dass oftmals in Artikeln über Autismus diese als Wahrnehmungsstörung bezeichnet wird. Was ja erstmal nicht falsch ist, weil es geht ja viel um Wahrnehmung. Aber es wird eben nicht deutlich genug, dass auch andere Störungen mit einer gestörten oder veränderten Wahrnehmung einhergehen. Und das Gleiche gilt für Schwierigkeiten bezüglich Perspektivenübernahme. Also, nicht jeder, der Schwierigkeiten damit hat, ist Autist. Und da sagen Sie, wird das aus den Informationen oftmals nicht deutlich. Außerdem sagen Sie, dass auch Stereotype hier bedient werden, dass also beispielsweise eine überdurchschnittliche Intelligenz oftmals als Symptom genannt wird. Und es werden auch häufig prominenten Personen-Autismus wird denen angedichtet, obwohl es dafür keine Belege gibt. Zum Beispiel Albert Einstein wird er oft genannt. Ja, was Sie jetzt halt besonders kritisch finden, ist, dass diese unspezifischen Beschreibungen von Symptomen dazu führen können, dass sich viele Personen darin wiederfinden. Also, ich habe ja auch so, als ich recherchiert habe, gedacht so, oh ja, das trifft auf mich zu und das kenne ich auch und so. Und dadurch möglicherweise unbegründete Krankheitsüberzeugungen entstehen können. Und die Folge davon, sagen Sie, ist, dass spezialisierte Stellen für Autismus überlaufen werden von falsch-positiven Verdachtsfällen. Also, falsch-positiv heißt, die gehen mit der Erwartung daran, dass es zutrifft, es trifft aber nicht zu. Bei 50 bis 80 Prozent wird die Diagnose tatsächlich gar nicht bestätigt. Und die Autorinnen schreiben noch, dass dies dann zu einer Enttäuschung führen kann, weil durch die Stereotype positive mediale Darstellung Autismus eben nicht mit einer Stigmatisierung verbunden sei. Was ja erstmal gut ist so, ne? Weil Stigmatisierung wollen wir ja nicht. Aber dass dabei sogar das Gegenteil angenommen werden könne, dass Autismus einzig oder allein was Cooles ist, dass es sozusagen keine oder wenige negative Konsequenzen hat. Und dass dadurch eben die Leute in Versuchung kommen, das haben zu wollen und enttäuscht sind, wenn das nicht zutrifft. Was natürlich auch wieder ein falsches Bild vermittelt oder vermitteln kann. So, und das Fazit, was die Autorinnen ziehen, ist, dass die derzeitige mediale Darstellung von Autismus-Spektrumstörungen zu großen Teilen einseitig klischeehaft und inadäquat ist, aber medial halt sehr verwertbar. Und sie wünschen sich insgesamt verbesserte Informationsangebote nach den Leitlinien evidenzbasierter Gesundheitsinformationen, die in Zukunft gestärkt werden müssen. Ja, das ist doch gut. Ja, naja, ob das so gut ist. Ja, also gut ist. Naja, das ist diese Stärkung. Ja, die Stärkung, die wollen wir auf jeden Fall haben. Ja. Ja, ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen dazu beitragen konnten. Also alles, was ich jetzt gesagt habe, basiert auf wissenschaftlichen Quellen, die wir auch verlinken in den Shownotes. Natürlich. Und ja, also ich fand es wirklich sehr cool, heute mal eine Person, die betroffen ist, zu Wort kommen zu lassen und hoffe, dass wir das in Zukunft auch noch häufiger mal einbauen können. Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Wenn ihr das genauso empfindet, dann schreibt uns. Und ja, lasst ansonsten auch gerne ein paar Kommentare da, Feedback und so weiter und natürlich auch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Da freuen wir uns nämlich immer. Ja, Christiane, hast du sonst noch was zu sagen? Also wem das jetzt gefallen hat, wer das interessant fand, der sollte wirklich mal überlegen, den Film sich anzuschauen. Ich finde, das ist sehenswert und ja, einfach ein guter Einstieg auch, um sich damit mal ein bisschen näher zu beschäftigen, wenn man jetzt keine Autisten im näheren Umfeld hat. Ja, genau. Ja gut, dann bleibt uns nichts weiteres zu sagen, außer bis zum nächsten Mal. Und noch einen schönen Tag oder Abend. Genau. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020